Okay, los geht's! Halt, Moment, ich muss es nochmal neu. Copyright Musik. Copyright MDR 2021 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 Das war bestimmt Copyright. Da darf ich dann wieder auf YouTube andere Musik drunterlegen und alle sagen, Bäh, wo ist das Original? Also, er hat vor der Beerdigung noch Zeit tot zu schlagen. Geht's vom Sound her? Soll ich's ein bisschen leiser machen? Ist es okay für euch? Fühlt ihr euch wohl? Ist es alles in Ordnung? Habt ihr... Ist alles gut? Also, es ist irgendwie... Und ihr Faulenzer, ihr lest gefälligst selbst. Da kann... In dem Spiel kann ich's euch nicht vorlesen. Das würde nur nerven. Ich glaub, ihr spinnt. Schon gelesen. Lies vor, wenn ich bin! Geil. Irgendwie erinnert mich jetzt an Life is Strange. Ich fänd's so geil, wenn wir nochmal Max irgendwie treffen würden. Und suchen. Friedhof. Oh, da unten muss ich wahrscheinlich hin, oder? Friedhof. Mine. Trachten. Hm. Hm. Nochmal. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Strange to think a bass would without its mind. Okay, hier ist auch der Friedhof. Sag ich dazu auch nicht. Okay. Es ist tatsächlich auch von dem Machen von Life is Strange, dass ihr Bescheid wisst. Okay. Das Spiel ist so gut. Oh, ich freu mich schon so drauf, Leute. Das wird richtig episch. Das wird episch. Ich mag auch die Grafik. Ich liebe die Grafik. Immer diese, äh, diese Wildtiere. Das ist in jedem Life is Strange auch drin. Holige Scheiße. Holige Scheiße. Ja, ja, als Frau ist das nicht so easy, ne? Wie kann man nicht lang wandern? Sollte verboten sein. Vorratskiste. Was ist da drin? Geil. Willkommen, Leute. Lehnt euch zurück, entspannt euch. Und achtet drauf, was meine Mods euch schreiben zum Gewinnspiel. Wow, sieht das cool aus. Schön, 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 schön. Kann ich da durchglotzen? Wie eine Ruhe. Wie eine Ruhe. Wie eine Ruhe. Wie eine Ruhe. Ja. Wie eine Ruhe. Schön, wenn das etwas passiert. Ich hatte es umgesehen, ist nicht noch nichts geblieben ist. Geil, hat irgendwie grad was von Ding. Das sind alles Bruchteile meiner Erinnerung. Dankeschön am Yakuza. Für die Bits. Er ist gestorben. Ich hab' nie jemanden so interessiert in anderen, selbst in mir. Danke an Kitten für einen verschenkten Sub. Die Geschichte ist wichtig. Du weißt, dass ich das finde. Es ist einfach... Die Leute hier draußen haben kurze Tempere und langere Erinnerungen. Sei vorsichtig. Sam! Hast du mir überhaupt gehört? Ich hörte dich, Anna. Aber nein. Ich hörte nicht. Okay. Hallo und alle. Bruder würdet ihr sagen oder Freund. Anna. Look at this. What is it? Someone skinny dipping? Aw, Seuss. You really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam. What are you doing? What are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you proposing. Oh oh, sie sagt nein. I'm down on one knee. I'm down on one knee. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Oh. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna. Please say something. Sam. Put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We discussed it before. Oh, wie arme das. Das stinkt. Ich kann nicht mehr. Tanja, danke schön für deinen Such einsam. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Hatte sie vielleicht was mit meinem Freund, der gestorben ist? Nu denkt schon wieder ganz schön weit, aber das wäre doch so das perfekte Drama. Drücke i, um ein Tagebuch zu lesen. Habt ihr ja nicht ein Tagebuch? Ich habe beschlossen, vor Nicks Beerdigung noch einen Spaziergang auf dem Plateau mit dem Aussichtspunkt zu machen. Ich dachte, ich sei nicht bereit, mich mit Buzzword wiederzustellen. Aber die Vergangenheit zieht mich bereits dorthin. Meine Erinnerungen sind so lebhaft, als wäre ich nie fort gewesen. Hab ich das schön vorgelesen? Voll authentisch, oder? Heieiei. Bratwurst, mir geht's super. Ein Stück, was? Notruf. Ich stelle einen Stream auf YouTube, ja. Sehr schön, bitte immer so lesen. Okay. Das war's. Ich bin sicher. Und du kannst das nicht richtig. Aber es sind zwei Jahre her. Es ist Zeit, um die Welt zu beendet. Es ist Zeit, um die Welt zu beendet. Die gute Nachbar sind, doch. Insofern ist es, du nicht musst, das alleine nicht machen. Bin ich schizophren? Du kommst doch, ich hoffe wirklich, dass ich es zum Leichenschmaus schaffe. Okay, wir kümmern euch nicht. So, jetzt dürft ihr abstimmen, Kadetten. Denn ihr dürft jetzt abstimmen, zwei Joices und Luis. Wie dürft ihr jetzt entscheiden, Luis? Seht ihr, blinkt bei euch was auf im Bildschirm? Seht ihr was? Könnt ihr euch entscheiden? Ja, das sehe ich doch. Da entscheiden die kleinen Kadetten doch, okay. Ihr habt noch 15 Sekunden euch zu entscheiden, Stinkerchen. Ja, 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 ja. Da entscheiden die kleinen Stinker schon. Es sind schon 71 Votes. Da geht noch mehr. Wir haben noch 6 Sekunden. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1 und... Okay, ich entscheide mich jetzt auch. So, ich bin fast da. Falls ihr euch jetzt... Falls ihr euch genauso, wie ich jetzt entschieden habe, abfotografieren... und unter meinen letzten Twitter-Post posten. Zweimal müsst ihr euch gleich wenig entscheiden und dann könnt ihr einen geilen Contorno gewinnen. Geht nur über Web, nicht über Handy. Nur über PC. Wie viele Liter passen in die Tasse? Einer. 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 Oh, wir haben ein Kind. Flo hat's. Nix. Tochter. Oh no. Nix. Tochter. Oh no. Die Arme. es geht nicht mehr weg okay moment stop jetzt muss weg sein passt es jetzt ist es weg glaube ich es ist schon lange wir haben noch mehr können wir sprechen wir sprechen jetzt es ist kalt Sie am Lenkrad. Okay, ihr dürft wieder entscheiden. Ich würde aber mal ganz gerne kurz in die Optionen-Video, weil dann mache ich nämlich einfach Fenstermodus. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, einfach rauszutabben. So, okay. Es sind jetzt drei, ihr dürft jetzt entscheiden. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch eventuell wieder genauso wie zu entscheiden wie ich. Los geht's. So, lass es mich erklären. Lass uns nicht davon sprechen. Es tut mir leid. Ich würde fast sagen, schwierig. Und wie habt ihr euch entschieden? Yeah. Especially after, you know, after my dad. Ich weiß nicht, was zu sagen. Du bist richtig. Ich war nicht in einem Moment, wo ich mich auf jemanden kann. Ich bin noch nicht. Wenn Nick nicht sterben, würde ich nie wiederkommen. Und wenn Nick nicht zurückkommen. Danke, dass du ehrlich bist. Du bist immer zumindest ehrlich. Listen, I, uh, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's... wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a P.I. or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again. It's your call. Das sind ja sie. Raushalte. Das sind voll die schweren Entscheidungen. Aber dafür hab ich ja euch. Dariuszahl. Da dürft ihr euch aber 30 Sekunden Zeit nehmen. jetzt, weil das ist schon eine harte Entscheidung jetzt. Ach du Scheiße, Leute, das sind jetzt die wichtigen Entscheidungen. Danke an Tanja für zwei Monate. Das sind jetzt die wichtigen Entscheidungen, die ihr treffen müsst, weil die werden jetzt das Spiel entscheiden. Sie raushalten oder untersuchen. Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie raushalten, Untersuchung, Versprechen. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll, weil wenn ich jetzt mich raushalte, dann ist sie traurig, aber andererseits vielleicht ist es gefährlich und sie wird sterben, wenn ich jetzt untersuche. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay. Los geht's. Ich glaube, ich hab meine Entscheidung getroffen. Ihr auch. Und jetzt kommt meine. Jo, ich will die wählen. Guter Punkt, wenn ich sie raushalte, versucht sie leicht alleine. Me, too. Ich könnte einfach nur, ich weiß nicht, oder was, aber... Du willst wissen, für sicher. Ich verstehe. Danke, Muley. Ich muss in, bevor meine Mutter mitten. Du besser in da, auch. Du kannst nicht in deinem Auto schlafen. Wer sagt, dass ich hier schlafen bin? Ich bin. Bis zum nächsten Mal. Meine Eltern, Herr Die physically見農nt habenLL ADK. Ich kann ein Chroniken im Bild auf, wenn er Adjektiv ist. Leidig, Pro defenders fünfmalbenmal, Bei den Lantzen werden noch einmal cope. Ich nehme irgendwelche Tabletten und ich bin, glaube ich, schizophren, weil dieser Typ da hinten, der redet ja die ganze Zeit mit uns. Der ist ja gar nicht da. Hallo alle miteinander. Okay, Tagebuch wurde aktualisiert. Jeder weiß, dass Nick und ich beste Freunde waren. Jeder glaubt, ich sei es ihm schuldig, hier zu sein. Seine Tochter Joan geht nur noch einen Schritt weiter. Sie findet, dass sie hierbleiben und den Tod ihres Fadens untersuchen sollte. Unser alter Chef Walter wird sicherlich auch etwas dazu zu sagen haben. Es wird mir wohl nicht gelingen, ihm aus dem Weg zu gehen. Das ist gläubig, er will nicht. Da ist er wahrscheinlich schon. Umschalttaste und schneller so laufen. Das weiß ich doch, Leute. Ehemaliger Chef, freundlich wie immer. Trust me. Oh, Samuel ist hier. Ich kenne dich zurück. Samuel Higgs, als ich lebe und lebe, hat es wirklich über zwei Jahre gedreht? Regardless, ich bin so glücklich, dass du es endlich geschafft hast. Es ist gut, dich zu sehen. Was hat dich gehalten? Ein Reise nach der Erinnerung. Ich missleite das Funeral, aber ich habe es nach Nick's Wake. Du musst es in den Hügel bringen. Es ist ein Basswood, zurück in die Stadt. Es ist so gut, dich zu sehen. Zurücktreten, du umarmen. Es ist lieb. Jetzt darf die Community wieder entscheiden. Soll ich ihn umarmen oder zurücktreten? Okay, ich umarmen ihn. Oh, sie ist. Ja, sieh mich inside. Super, Leute. Ja. Okay. Dann gehen wir mal rein. Öffnen. Oh, Hope. Dankeschön. Muss ich nachher ändern. Was habe ich gelesen? Was habe ich gelesen? Coal Miners. Heaven? Haven? Das muss ich jetzt machen, weil es eine Kurzentscheidung ist. Ich lasse es jetzt gut sein. Well, Nick's memory only goes so far. Ja. Lasst Leute labern, Leute. That's what I thought. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. So, ihr dürft entscheiden. Ich gehe sobald ich kann. Er hat angefangen. Ich bin nur wegen Nick hier. Drei Entscheidungen und die Comgnunity darf jetzt entscheiden. Los geht's. Voll süß, wie ihr da mitmacht. Ich finde es super cute, wie sie da alle ganz hastig auf ihren Bildschirm drücken. Noch mal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wenn ihr zweimal genauso entscheidet wie ich, fotografiert das ab. Postet das unter meinen letzten Twitter-Post. Dann könnt ihr einen geilen Twin-Mirror-Xbox-Controller gewinnen. Aber zwei, drei Posten bringt nichts. Also, da kriegt ihr keine Vorteile mit. So. Poll is closed. Und ich würde sagen, ich bin nur wegen Nick hier. I'm only here to... So. ...in my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame, Dad. You watch yourself. Okay. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? I always didn't know how to start a ruckus. Can't say I missed that. Ich mag die Stimmung von der Bar, Bergleute, die mögen mich ja gar nicht, also die mögen Ich echt nicht. Wie dies nicht juckt, dass ich hier einfach so stehe und sie anklotze. Wie fanden sie ihn? Es war für ihre Schere, ich stelle, ich will nicht darüber reden, ich würde das mal kurz selber entscheiden. Danke, Nicky. Danke schön für den Stufe 1. Was denkst du? Ja, das ist echt gut gesagt. Irgendwie will der nicht, dass ich mit ihm rede. Soll man die Fotos einzeln kommentieren oder in zwei? Ihr könnt gerne zwei Antworten machen. Die Frau. So, ich bin genauso überrascht wie du mein Beileid wegen Nick. Es ist gut, dich zu sehen. So, das ist eine Entscheidung, die will ich, dass ihr mir die abnehmt. Oh, danke, Froschmädchen, für drei Monate Prime. Dankeschön. Danke, Nicky. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, die einfach... So, da wird fleißig abgestimmt. Fleißig gevotet. Die Fragen sind eigentlich alle gleich. Beziehungsweise, oh ja, da stimmen 53 Prozent. Ja, ich glaube, es ist eindeutig. Ich stoppe den Pole. Ne, warte, ich mach kurz. Und zwar habt ihr D gesagt. Das mag ich auch. Ja, auf jeden Fall war eine gute Entscheidung. Wir waren nicht in Jahren close. Aber er war meine Daughter's Vater. Ich vermisse ihn. Joan war wirklich verletzt, als du die Stadt verlassen hast. Nick und ich waren nie close nach dem Breakup, und... Joan hat nie viele Freunde gehabt. Ja. Um... Vielleicht nicht, wenn du die Stadt verlassen hast. Okay? Boah, das ist auch eine schwere Entscheidung. Äh, das dürft ihr mir doch gleich mal abnehmen. Also entweder ich tue mein Bestes oder Joan glaubt, es war Mord. Ist das schwierig. Okay. Ich würde einfach mal auch nichts sagen. Ich würde es nämlich nicht sagen, dass es Mord war. Ich würde es nämlich nicht sagen, dass es Mord war. Hm, leerer Platz. Gedankenpalast. Wir posten das mal hier fest. Das ist doch lieb. Das ist gut oder schlecht. Das ist gut oder schlecht. Ja. Aber er hängt ganz schön oft mit meiner Frau rum, ne? Vielleicht hatten die ja was, und es war doch Mord. Danke, Göttin des Krieges. Vielen Dank. Hm, deshalb ging ich nicht fort. Ich hab meine Wette gewonnen. Mit wem hattest du gewettet? Okay, I'll bite. Tell me Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk. Which I am. And I thought he was a hack. Which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Uh. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Uff, danke Göttin des Krieges und danke Chaotentrolle. Es war hart ehrlich gesagt, als ob dich das interessiert. Einfach wunderbar. Ich antworte das mal selber. If you must know, I still haven't bounced back from when Anna and I broke up. I think you mentioned she broke up with you? Yeah, but I hear you. Yeah, that's how I ended up in this shit town. Chasing a woman. Yeah, then she left and I got stuck here with two kids. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Woah, is this gemein. Speaking of which. Oh no, my ex-frau. Oh, pain, pain, pain. Pain in the ass. Yes, oh no. Yes, oh no, my ex-frau. I'm sorry. I'm sorry. I know you're so sorry. I know you're so sorry. I know you're so sorry. Das ist echt geil gemacht, muss ich sagen. Believe me, dear, that's true, I wish that you were staying here. Hatten die was miteinander? Hat die mich für ihn verlassen? Das ist auch irgendwie weird. Hallo, Hasi. Das ist doch irgendwie alles seltsam. Ich finde das Schlagzeug gerade interessanter. Kann ich gerade nicht mit reden, Mann. Ich glaube, sie hat sich getrennt von ihm und dann ist er mit seinem Nick zusammengekommen. Irgendwie, ja. War der mit seiner Frau getrennt, der Nick? Haben wir das schon mitbekommen? Ist auch das Erste, wenn ich Leute sehe, gucke ich sie erst mal an und denke mir sowas. Okay, ihr dürft entscheiden. Umarmung erwidern, es geschehen lassen. Wie hört sich denn das an? Los, Community, entscheidet euch! Sollen wir umarmung erwidern oder es einfach geschehen lassen? Ich weiß schon, ich kenne meine Süßis. Die denken genauso wie ich. Ich kenne meine Süßis, ich kenne meine Süßis. Ich weiß, was meine Süßis wollen. Nee, kuschel durch. Hat schon lange gedauert. Ich habe dich missen. Warum dauert es so lange, um mich zu schmerzen, meine Türsteppe? Ja, weil ich gar nicht weiß, was abging. Es war nicht wegen dir. Ich bin, jetzt bin ich hier. Es tut weh, zurückzukommen. Ich will nicht lieben. Es hat wirklich weh, zurückzukommen. Ich war auf dem Weg hier. Sam, warum hast du das für dich selbst gemacht? Ich will, alte Wände zu öffnen. Die alten Wände gaben mir hell, als ich in, auch. Die Leute hier draußen haben kurze Tempere. Und lange Erinnerungen. Aber die meisten von ihnen sind gut. Sam, die Mäne wird auch wieder öffnen. Vielleicht in einem Jahr, oder zwei, fünf, wenn der Herr ein Gefühl von Humor hat. Es wäre zu schmerzen, oder ein größeres Desaster. Es war nicht deine Schuld. Erzähl das allen anderen. Ich weiß, ich habe nicht geholfen. Ich wünsche, dass alle anderen das entstanden haben. Die Leute sind schmerzt. Schmerzt. Du warst einfach zu schmerzen. Als mein Vater seine Leger verloren hat, wusste niemand, dass die Mäne nicht die Regulierung folgte. Du warst einfach zu schmerzen. Du warst einfach zu schmerzen. Du warst einfach zu schmerzen. Er sagt, du warst einfach zu schmerzen. Ja, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. Es war nicht nur ihn. Nick thought your piece was great. Er war eigentlich jealous. Er war immer etwas zu schreiben. Er hat sich die Pillars of Heaven zu schreiben. Er hat sich immer gesagt. Er hat sich gesagt. Das kann ich mir vorstellen. Du warst mit Nick zusammen? Oh mein Gott, er wusste es gar nicht. Oh shit. Okay, Leute. Auf geht's. Ach, der wusste gar nicht, dass die zusammen waren. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja, die Community ist auch ein bisschen nachtragend. Die sagen alle, du weißt mit Nick zu sehen. Ja, genau das wäre natürlich auch meine Frage, muss ich ehrlich gestehen. Du und Nick haben angefangen, zu gehen? Wann hat das passiert? Der ist ganz schön gefasst. Ein paar Monate vorhin. Er hat dir nie gesagt. Er 거의 nicht gesagt. leve seinen Talen zu sagen. Du guckt bistOh nachtragend. Er habt es so schön. Er hat sich genommen. Ah, das ist die bestedelende, das ist. EinigeÄŞt muss anyone verlorenomaan jetzt verändern. Aber das ist gesagt. Das war Reportsốt. Die Fuhral und Ewbberình. Walter wurde ein guterclub. Tut mir leid, dass Nick von uns gegangen ist. Wurde Nick ermordet. Auch hier. Los geht's. Sie ist Nick. Er hat sich umoperieren lassen. Was für eine Frage. Aber vielleicht kann man es ihr ja sogar sagen, weißt? Weil irgendwie ist es ja schon weird. Okay, seid euch auch hier alle einig. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Ja, das sehe ich auch so. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I... I get it. I just... You... You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then... Drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Part three. Is it moralisch, nicht der Position so zu reagieren? Oh. I didn't know you read Dickens. Wie viel Euro das in den Stream beendet ist unbezahlbar. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Ah, die Grafik ist echt geil, muss ich sagen. Walter can be overwhelming, Tony. It's a masterless. Plain and... Ich will jetzt ein Drink, ein Bier. Schau mal, wie Schaumi das aussieht. Sieht ja richtig delicious aus, Schaumi. Ich will's nehmen! Ich will's nehmen! So, Nick wasn't drunk. And me? I was drunk as a Skunk. Ah, Samuel, Samuel. Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Ah, spirits? Oh, no, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. Well, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. He kept his notes scrolled around him like a horde. So süß, ey, was gerade Sid City geschrieben hat. An alle Leute, die in dem Stream sind. Ich hab euch alle so, so lieb. Bin froh, dass wir alle zusammen eine tolle Streamerin schauen. Das ist ja goldig. So, ihr dürft entscheiden. Vier Antwortmöglichkeiten diesmal. Let's see. Er war ein guter Vater, meintes, meint meins zumindest trinken. Er hatte etwas, das ich nicht hatte. Wir hatten zwei Jahre Funkstille. Alle sagen trinken. Oh Gott. Auf Krawall. Und sie waren glücklich. In love. Anna clearly cared about him a lot. Oh, mein Gott. You can't compare lives, just like you can't compare pain. They just simply are. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his, with virtue warmed. Few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Trinken. Oh, Prickeln. Der so schön hat geprickelt in mein Bauch, Nabell. Alter. You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so, so. Alles Gute zum Geburtstag. Take it to heart. Ich schicke Joe eine Nachricht. Ach, komm. Ich schicke Joe eine Nachricht. Danke der Nachfrage. Auch schön auf Groß- und Kleinschreibung geantwortet. Ich bin für dich der... Hoffentlich sagt sie jetzt nicht. Ja, wo warst du die ganze Zeit? Ich bin hier, wenn du reden willst. Oh, oh, ich werde immer dichter, oder? What a night. I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Ich hab dich nicht eingeladen. Es tut mir so leid. Lass mich in Ruhe. Ich hab keine Ahnung, ob diese Person wichtig ist oder nicht. Ihr dürft entscheiden. Also ich hab keine Ahnung, ob diese Person oder diese Gestalt in meinem Kopf irgendwie wichtig ist für Entscheidungen, ob die für uns oder gegen uns arbeitet. Deswegen keine Ahnung. Bitte nicht besoffen fahren jetzt. Ich seh's schon kommen. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hab kein gutes Feeling, wenn ich schon die Musik höre. Aber ich kann's auch nicht sagen. Hab dich nicht eingeladen, ja. Also I'm not sure about this. Lass mich in Ruhe. Stop. Stop pushing me. Stop always poking at me. You just won't quit. Ja. Ich glaube, das war gut. I'm trying to help. And helpful tip number 602. Beer doesn't solve any of this. Da hat aber recht. You're back out in the world. Feeling emotions. Fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking. And more talking. And no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Bitte nicht Auto fahren. Bitte nicht Auto fahren. Bitte nicht Auto fahren. Bitte nicht Auto fahren. Ich glaube, er will helfen. Ich weiß es nicht. Ich kam irgendwie nach Hause. Das ist ja schon mal was. 15 Minuten zu spät. Wir brauchen die Raum. Oh. Oh, nein. Bleib raus. Wir haben 10 Minuten, bevor wir dich für einen anderen Tag. Okay, okay. Aber echt. Elf sollte schon drin sein. Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. I blackout or what? Filmriss. Ganz wichtig. Filmriss. Oh, oh. Wenn ich Filmrisse habe und vielleicht liegt es auch nicht im Alk. Warum ist es so hell da draußen? Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht habe ich ja auch jemanden umgebracht. Ein Filmriss ist, wenn du dich an nichts mehr erinnern kannst. Hatte ich noch nie. Ja, fuck. Wer weiß, was ich in diesen Filmrissen alles mache. Ich will auf etwas andeuten. Du sollst den Kühlschrank durchsuchen, Kerle. Such. Such. Er macht nichts. Ich möchte, dass du den Kühlschrank durchsuchst, Kollege. Jetzt. Bier. Oh, das liebe ich ja auch an so mini Snacks. Flasche. Flasche Wasser. Äh, Vodka. Äh, 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 Bier. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Sorry, Kerle, dann gibt es hier nichts für dich. Äh, 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 äh. Tja. Okay, dann musst du leider hier raustrinken. Waschbecken. Du hast du doch gerade angeschaut. Wie heißt es, mal mit Duschen? Ach, da ist das Hemd. Tatsächlich, wie witzig. Oh, fuck, da ist Blut dran. Oh. Oh, fuck. Das ist nicht gut, das ist... Woher habe ich das geschafft? Was habe ich gemacht? Also, ich als Frau würde einfach sagen, da hatte ich meine Periode wohl ein bisschen stark. Ach, du Scheiße. Von 0,001 Sekunden zum Horror-Game. Willkommen bei Visage. What? What? Was? Das geht denn jetzt ab? Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, ähm, ich drehe mich nicht um. Ich renne einfach nur. Ach, du Scheiße, ey. Oh, da vorne ist eine Tür. Oh, oh, das kommt näher. Das ist rot. Das ist rot. Das kommt näher. Ach, hey, jemini. Lauf, 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 lauf. Sam, be more careful. Breathe. Focus. Was? Warum komme ich da nicht durch? Warum? Oh Gott, der kommt immer näher. Ach so. Ich weiß nicht wie. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Terminator kommt. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Die Weiße, die Weiße, die Weiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, die Weiße. Nein, auch nicht. Oh, fuck. Sam, focus. You have to find the right door. Jetzt hat er mich gleich. Jetzt hat er mich gleich. Jetzt hat er mich gleich. Oh Gott, jetzt hat er mich gleich. Oh Gott, oh Gott, wie oft. Oh shit. Ich habe keine Ahnung. Okay, scheiße. Lauf. Oh, fuck it. Hat er mich gleich. Oh nein, ich habe verkackt. Das kann denn noch passieren. Lauf, Jeffrey. Jeffrey, lauf. Ach du Scheiße. Ich sehe sie jetzt schon kommen. Ich laufe in gar keine mehr. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Ich glaube in die, oder? Ich habe keine Ahnung, welche Tür soll ich denn laufen? Es gibt keine Tür, die mir irgendwie zusagt. Die sehen alle gleich aus. Da hinten ist eine. Da hinten ist eine. Lauf, beruhig dich. Ach da, oh mein Gott, ist das weit weg. Gefahr. Gefahr. Hinter dir. Ich bin ein Mörder. Gefängnis. Du bist ein Mörder, ist alles Scheiße. Gib auf. Nein, da wollte ich nicht rein. Mann. Scheiße. Das ist ganz schön schwer. Sam, fokuss. Ich kann nicht. Du musst die richtige Tür finden. Du musst dich stetschen. Was hat er gesagt? Ich muss. Was hat er gesagt? Was? Gib auf. Gefängnis. Schmerz. Tod. Das ist Schwäbisch, da fühlst du dich wieder. Daheim, das ist super. Willkommen. Im Schwabenendle. Ach du Scheiße. Wir haben ein... Ich glaube, wir haben auch mit nichts tot zu tun, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja voll Salentil. Ich liebe es. Du machst es gut. Sehr gut. Du bist fast da. Ach du Scheiße. Ich muss mich wahrscheinlich immer wieder so beruhigen. Und wenn ich es nicht tue, werde ich ganz schlimme Dinge tun, ne? Dankeschön. Real. Geisha. Für 100 Bits. Dankeschön. Oh Gott. Spiegel. Spiegel. Fokus. Choose. Act. Oh mein Gott. Ich muss mich jetzt auf... Also der schaut mich an. Ey, das ist jetzt voll wichtig bestimmt, ne? Der schaut weg. Der schaut auch weg. Ja. Ich würde fast den nehmen. Der kommt mir am ruhigsten vor. Was meint ihr denn? Ja, oder? Was soll ich denn mal annehmen, was sie sagen? Anhören. Okay. So, was sagt der hier? Ey, das ist ganz schön schwer. Hide. Never happened. Oh, ich muss mich jetzt entscheiden, oder was? Das ist ja voll brutal. Get far away. Don't be. Just go. Also abhauen. Verstecken. Oder gestehen. Was soll ich machen? Ich würde fast, ich würde das erste nehmen, oder? Ich glaube, damit sind wir echt am sichersten. Ach du Scheiße. Eintreten. Ja, Antworten. Antworten. Gut oder schlecht. Ich brauche Antworten. Ich bin meine stille Zuschauerin. Ich werde vorsichtig sein, ich kann unauffällig sein. Bescheid wissen. Bescheid wissen ist sicher. Ich wohne nur hier. Oh, das freut mich, Schizo. Das freut mich sehr zu hören. Wie lange hast du dafür circa gebraucht? Uff, 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 uff. So viele Fragen. Wer ist die Person in unserem Kopf? Warum ist Nick tot? Wie reagiere ich, dass meine Ex zusammengekommen ist? Wen haben wir jetzt umgebracht? Sind wir ein Mörder? Es sind so viele Fragen. Ah, sechs Stunden. Super. Super. Okay, ich gehe ganz schnell pieseln, weil die ein Liter Tee wollen ganz schnell raus. Das freut mich sehr zu hören, weil die ein Liter Tee wollen ganz schnell rauskriegen. Das freut mich sehr zu hören, weil die ein Liter Tee wollen ganz schnell rauskriegen. Das freut mich sehr zu hören. Habe ich nur richtig? Oh Mann. Über alle waren wir nicht. So, Leute. Okay. Weiter geht's. Wir suchen jetzt nach Hinweisen. Den Geschmack kenne ich nur zu gut. Der Geruch nach Sohza wurde sie nicht mehr erfolgreich eingesetzt. Okay, es stinkt's nämlich. Öffnen. Ich hab gesagt, du sollst die Scheiß-Zü öffnen, Mann. So. Uff, wie soll man das nachkonstruieren? Das ist doch so schwer. Okay, ich war nicht alleine. Oh, Herumlung ist vermutlich gefährlich. Alkohol. Ich weiß nicht mehr, welche dieser Flaschen ein Fehler war. Vermutlich die erste. Sieht inaktiv aus. Ich hoffe, dass alle Getränke gezahlt worden sind. Ethan hat versucht, aufzuräumen. Boah, oder nach dem Zwischenfall. Ist ja auch keiner bei mir gemeldet, ne? Nix andenken. Oh, es ist zerstört worden. Oh mein Gott, ich hab schon ne Ahnung. Ich glaub, da gab's ein Eifersuchts-Drama, gell? Ich kann spielen. Das wollte ich schon immer mal machen. Dö, 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 dö. Oh ja, Leute, ist das so befriedigend. Komm her, Schweine. Ich fress euch alle. Oh ja, ich wollt schon... Ich war hier... Ich bin hier, um Pac-Man zu spielen. Wurde ein wenig bewegt im Zusammenhang mit einem Kampf. Aha. Oh, hier ist auch was. Kaputte Uhr. Halt, noch mal hinstellen. Runtergefallen Uhr. Oh, ich seh schon was. Blut. Oh. Getrockener Alkohol. Ah, ist das Alkohol? Also hier ist ja eindeutig, was passiert, ne? Es wurde nicht aufgeräumt. Ungewürfene Möbel. Oh, oh. Hallo an alle, ihr kleinen Stinkelchen. Hoffentlich geht's gut. So, rissen. Ja, dich hat noch keiner kontaktiert und gesucht. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Gibt's hier noch irgendwas, was ich... die Bühne... Okay, die haben wir schon gesehen. So. Was gibt's hier noch? Habt ihr noch irgendwas, was ich übersehen habe, Kadetten? Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Wir gucken gerade, ob wir einen Mord begangen haben. Ich hoffe es tatsächlich nicht. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Du hast es an dem Tisch vergessen, am Boden. Ah. An den Tischis am Boden, sagst du? Hier vielleicht? Liegt hier noch irgendwas? Das ist einfach ein zerrütteter Tisch. Hier irgendwo noch was liegt. Ah, hier liegt Blut. Oh, 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 oh. Wir haben Blut. Wir haben eindeutig Blut, aber er sagt nichts dazu. Du zerbrochene Flasche. Du might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Hier liegt Blut? Warum sagt er dazu nichts, Mann? Hier ist Blut, mein Freund. Interessiert dich das nicht? Okay, habe ich noch irgendwo was übersehen? An der Tür. Am Tisch. Hier, an der Bar. Irgendwo haben wir noch einen Hinweis. In der Theke war noch was. Okay, da gucke ich noch mal. Hier. Ah, hier, ich habe es. Bier. Das ist auf jeden Fall das Bier, was ich gesoffen habe. Uiuiui, hier ist echt was abgegangen. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Flush interessiert wirklich nicht, ne? Das haben wir, das haben wir. Habe ich noch irgendwas vergessen? Habt ihr noch irgendwas, Kadetten, was ich nicht gesehen habe? So. Vielleicht auch Rotwein. Ach, das könnte auch Rotwein sein. Das könnte auch sein. Trockene Blut. Hier ist noch eine Mütze. Okay, da war noch die Mütze. Auf dem Kühlschrank. Auf dem Kühlschrank. Hm. Hm. Nee, da ist nix. Auf dem Kühlschrank. Vielleicht noch bildertechnisch irgendwas. Auf der Bühne, oder? Also das habe ich schon alles gesehen. Auf der Bühne hier. Oder ist hier tatsächlich noch irgendwo was? Also hier hinten. Hm. Neben dem Bier war noch was. Wo? Echt? Am Billardtisch. Ah. Am Billardtisch. Nee, ist tatsächlich nix. Vielleicht vor den Klos. Nee. Wundert mich auch, dass er nur hier schaut. Da ist auch nix. Der Mob an der Wand, da sagt er eigentlich auch nix zu. Äh, da. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Irgendwo ist noch ein kleiner Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Wer hängt es? Ich höre und sehe dich. Oh, komisch. Da muss ich nochmal refreshen. Dem hat noch einen Punkt, den wir übersehen haben. Irgendwas wichtiges. Irgendeine Kleinigkeit fehlt noch. Exit sagt er nichts mehr. Dazu. Das ist doch... Da liegt Blut. Bühne nochmal genau untersuchen, okay. Die Biene. Achso, kann ich die... Ah, jetzt kann ich's. Ach, jetzt. Okay, ich glaube, wir haben alles. Blut. Okay, ich glaube, wir haben alles. Okay, ich glaube, wir haben hier alles. Okay. Können wir hier auch nochmal genauer schauen? Nein. An der Tür, wo du reinkommst, ist auch noch was? Okay. Das ist safe Rotwein, deswegen sagt er nichts. Glaubst du? Aber das sieht ja voll aus wie Blut. Also das sieht mir... Das sieht ja richtig aus wie Blut. An der Tür, wo ich reingekommen bin? Nee, tatsächlich sagt er ja auch nichts. Dankeschön, Crazy Biker. Ich brauche noch einen Hinweis. Einen Hinweis. Los. Gib mir Hinweise, Kadetten. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Vor der Theke und die Unordnung noch genauer untersuchen. Okay. Vor der Theke, die Unordnung. Ah, hier kann ich das auch noch untersuchen. Genauer. Ah, das wusste ich nicht. Hier gibt es noch viel mehr. Lesen. Okay. Dann haben wir hier noch was. Was ein Schuss. Ich hoffe, das war nicht ich. Ich glaube, ich habe genug gesehen, die Pfeife von dem, was ich... Ich muss es einfach mal überdenken. Ah, da ist doch noch ein. Definitiv nicht der Weg, Nick würde erwischt für. Okay, holy shit. Gedankenpalast. Oh, jetzt will wir die Gedanken zusammenschubsen. Das wird interessant. Das wird interessant. Da, ha, 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 Baby. At least I can always count on this place to make sense. Oh, mein Baby schaut gerade zu. Oh, süßie, bullische Baby pooh. Hey, mir gefällt das Game, das ist richtig geil. Wo begann es? Oh Gott, das wird geil jetzt. Danke, Bloody Mary, für den Rhyden. Vielleicht meine Gedanken. Dieser Typ, der immer kommt, weil der war der einzige, der da war. Das ist wie Detroit. Okay. Richtung des Pfeils, Richtung in den Eingang. Wohin bewegte sich die Auseinandersetzung? Hier lag ja vorhin Blut. Ach shit, das ist ganz schön anstrengend. Warte, wir gehen mal hier hin. Was ist denn... Ich habe keine Ahnung. Wie sollen denn die Kerzen hier eigentlich, die romantische Stimmung? Okay, was war denn hier? Ah okay, wir müssen das schon Schritt für Schritt machen. Uff. Okay Leute, ich brauche jetzt meine kleinen Genies. Wo seid ihr? Also, hier steht jetzt, wohin bewegte sich die Auseinandersetzung? Richtung des Pfeilers oder Richtung des Eingangs? Auf jeden Fall des Pfeilers, weil hier war ja dann die Uhr, ne? Okay, und dann sagen wir, wo endete es? Ich beantworte alle Fragen, wer war beteiligt. Es gab Huge Visitenkarte, Dennis armreif und äh, die Mütze. Joel die Mütze. Boah. Leute, Leute, das dürft ihr mir entscheiden. Da habe ich keine Ahnung. Los geht's. Dennis armreif, Huge Visitenkarte oder Joel Mütze. Ich habe keine Ahnung. Joels Cap. Vielleicht hat er mich wieder provokiert, nachdem ich ein paar hatte. Ne, das ist lustig gemacht. Geil. Okay. Geil gemacht auf jeden Fall. Triple Ersten, um die Hypothese zu bestätigen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich würde gerne noch eine andere Hypothese anschauen. Kann ich eine andere anschauen? Ein Geschäftskarte. Das ist Dennis's. Ich wollte definitiv, ihn heute Abend aufhören. Dennis ist der gleiche. Ach shit, Leute, das ist so wichtig. Ich weiß nicht, wer es war. Überleg noch mal, was war, was, wo, was war und dann kommst du drauf. Also die Mütze war hier hinten, ja. Wo war der Armreif? Visitenkarte war da hinten. Da waren wir gar nicht. Visitenkarte kann es nicht sein. Visitenkarte war hier hinten. Die Mütze war da. Die Mütze könnte es wirklich sein. Armreif, wo war der Armreif? Armreif auf der Bühne. Ich würde behaupten, es war die Mütze, oder? Es muss ja, weil die Mütze, die lag ja hier hinten. Das heißt, der hat die ja bestimmt verloren, oder? Ich muss noch mal ganz kurz angucken, wie die sich kloppen. Dann kann ich es euch gleich noch mal sagen. So, hier fängt es noch mal an. Ne, die Mütze kann es auch nicht sein. Die Mütze fällt nicht so weit. Oh, shit. Okay, also wer war es jetzt? Bei Mütze? Fällt die so weit? Die Mütze war bei der Box. Ah ja, die Mütze war bei der Box. Dann war es auf jeden Fall Joe's Cap. Vielleicht hat er mich wieder, nachdem ich ihn hatte. Ja, 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 ja. Okay, ihr habt recht. Alles klar. Dann haben wir das. Dann würde ich das jetzt gerne einloggen. Holy shit. Wenn der Kampf hier endete, würde der Bar nicht so ein Müll sein. Ja. Wer war beteiligt? Oh Gott. Äh. Das haben wir ja schon. Hier, wohin bewegte sich die Auseinandersetzung? Richtung Uhr haben wir auch. Wo endete sie? Bei der Jukebox, nahe Jukebox. Aber es ist noch irgendjemand, der beteiligt war, sagen die. Es muss auf der Bühne enden. Ah. Stimmt. Weil dann ist die Frage, ist er es auch wirklich? Es endete auf der Bühne. Ja, und schaut mal. Dann können es tatsächlich... Dann kann es die Jukebox gar nicht mehr gewesen sein. Hä, das ist voll schwer. Weil dann kann es ja tatsächlich auch die Visitenkarte sein. Weil die lagen ja da hinten. Ne, kann es nicht. Aber... Der Armreif liegt auf der Bühne. Da muss es auch jemand anders gewesen sein. Armreif. So. Sehr gut, Leute. So. Ich weiß, der Mann, der sich mit ihm spricht, hat einen Idiot für ein Publikum. Fuck off, Dennis. Ich weiß, warum du so viele Freunde hast in der Stadt. Ja, du wirst das wissen. At least mein Lieber Freund nie hat mit meinem Ex. Und wer du mehr schlägst? Der Backstabbinger oder der Bitch? Die Berge der Mann, der Mann, der Mann und der Mann, der Mann. Du denkst, du kennst, wer du warst, Herr Perfekt? Ich hab eine Pause. Du hast keine Ahnung. Keine Ahnung in dieser Stadt. Du denkst, du? Oh, jetzt wird's spannend. Bleiben, diskret, gehen. Ich weiß es nicht. Komm, wir bleiben, wir stellen uns. Wir haben gesagt, wir stellen uns. Wir haben gesagt, wir stellen uns. Fragen und Antworten. Oh Gott. Ich will mich entschuldigen. Ich will nicht, dass du deine Leger brechen kannst. Ich bin hier, um zu entschuldigen, über die letzte Nacht. Ah, ich dachte, das wäre der Fall. Nicht schweißen. Dieses Ort wird einmal im Monat verbreitet. Das klingt schwer. Ich glaube, es ist, wie es ist. Du achst, du brauchst einen Bar, du musst einen Bar fahren, du weißt? Ich nehme dich, zu schütteln, deine dumme Scheiße über die Familie, jeden Tag. Viel Familienkrise wegen letzter Nacht. Es tut mir ehrlich sehr leid. Ethan, ich bin wirklich sorry über das Nacht. Ich war nicht selbst. No, einer ist auf der besten Behaviung nach dem Verlusten. Ich weiß, ich bin nicht. At least, meine sister ist nicht dead. Sie ist einfach nur ruining ihr Leben. Sie wollen sie bezeichnen, Kayla, jetzt. Ruining ihr Leben? Ja, leben in eine commune. Dreihe aus der Schule. Ein Leben von einem Heathen. Wir alle machen mistakes. Ja, und ich fühle mich sie machten. Das sind die meisten von ihnen. Sam, ich habe viel von deinem Müll, um zu schütteln. Also, wenn du möglich bist, du weißt, weg. Wieso hilft der nicht? See you around, Ethan. Könnt ihr doch auch helfen, oder? Wenn ihr sich schon so entschuldigt. Hey, entschuldigen, das ist in der Barteschild, aber helfen werde ich nicht. Bezahlen auch nicht. Fuck you. Giveaway wird morgen verlost. Ihr könnt aber jetzt quasi, weil ich werde ab und zu so einen Poll starten, da könnt ihr mitentscheiden. Und wenn ich die gleiche Entscheidung, wie ihr, treffe, dann müsst ihr das zweimal screenen, wenn ihr zweimal die gleiche Entscheidung habt, wie ich und das unter meinen Twitter-Post posten. Weil dann wird nämlich DotNot einen Gewinner raussuchen für euch. Innenstadt von Buzzwood. Meine Mürze posten es euch rein. Ich werde einfach lesen. Boah, aber die haben schon gesagt, Nick ist nicht so ein Netter, ne? Der wurde bestimmt ermordet. Boah, aber die haben schon gesagt, Nick ist nicht so ein Netter, ne? Fokus. Du hast Dennis' cell phone probiert, aber keine Antwort. So, was jetzt? Ask around, see if anyone's seen Dennis today. Maybe see if anything jogs my memory. Ich habe gehört, dass es schlimmer ist. Der Basswood ist klein. Wenn Dennis durch Main Street kam, jemanden sieht ihn. Okay, jetzt kann ich auf einmal auch joggen. Schön zu sehen, dass die jüngere Generation den Klassikern gegenüber aufgeschlossen ist. Ich muss noch ganz kurz was klären. So. So. Die, 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 die. Hmm. So Okay Reden Moment, es gibt gerade etwas Wichtiges So Auf der Durchreise Danke Final Night für 100 Becks Dankeschön, so lieb Okay Letzte Nacht geriet Ich angetrunken eine Prügelei mit Dennis Er hatte irgendwelche Andeutungen über Anna und Nick gemacht Besonders über Nick Er hat mich gedrängt, ihm irgendwo hin zu folgen Ich sollte Dennis suchen Und die Puzzleteile wieder zusammenzusetzen Wahrscheinlich kann mir irgendjemand der Stadt sagen, wo er ist Hier ist wahrscheinlich eine Absperrung Okay So, wir gucken mal hier Wir kloptern einfach mal alles ab Hey, Kollege Oh, okay Ach, ja, wir wissen ja, wer es ist Der Vater von unserer, von seiner Ex Damit werde ich fertig Hallo Nadine Es ist geil Es ist sehr spannend So, hast du Dennis gesehen Wie ist es dir ergangen Warum warst du nicht da Ich würde ihn erstmal über ihn fragen Ich lasse euch auch gleich wieder entscheiden Aber so Sachen entscheide ich mir jetzt selber Hast du denn Hast du dennis gesehen? You haven't seen Dennis today, have you? I wish Just about the only guy I can talk hockey with Not football? I want to talk football I could just grab anybody on the street Dennis actually enjoys a man's sport But now, I haven't seen him Okay I don't have the same perspective on Miner's Day that other people have I don't have the same perspective on Miner's Day that other people have No, I suppose you wouldn't Ich muss lösen Ich habe Pläne, wo ich muss sein, aber Es ist gut, dich zu sehen Danke, Charlie Maus Vielen Dank für vier Monate Ich wünsche dir auch einen schönen Tag So, wo ist es klar? Ah, hier Na, sieh mal Die weiß es doch bestimmt Danke an Shizu Ronak Für den Prime It's not like anything scary bad happens in Baswood At least not normally I heard you asking about my dad last night Careful about listening to other people's conversations Some find it rude And it feels like I'm suffocating I can't breathe I can't think I can't stand my mom I don't like school Well, except for science And just When I imagine myself in the future I just don't I don't know Okay, well, that other stuff sounds okay I can't believe in the future It's not like noise I can't believe in the future Was ist denn das für ein Mucker? Sorry about that. Yeah, yeah. Asshole. Das ist genug. Was für Assis, ey. Ich frage sie mal, vielleicht weiß es sie, ja. Oh, Sam, are you here to pick up something for your, uh, condition? I have a condition? Yeah, the one that makes you the way you're always so... you. It's all right, of course. I won't tell anyone. I think I might actually have leaky gut. It's where your intestine starts to dissolve, and your... Why not ask the pharmacist? And let him know, I might have something like that? You. He's basically a stranger. Look, have you seen Dennis? I saw him yesterday. We exchanged pleasantries. At the wake? Oh, I saw you too. Given his condition yesterday, he might have come in here. You walloped him. Why not ask the pharmacist? 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 I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. It was nice. Too much information, aber wirklich. Vor allem keinen juckt, dass ich hier irgendwie einen aufs Maul gehauen hab. Der weiß doch bestimmt. Ey, Kollege. Das sieht aus wie Mafiosi. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl. I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No cancer I have. Thanks anyways. That article you wrote. It's done this town a lot of good. You really don't need to say things like that. But it's true. The mine was a bandaid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover. But I find in some cases, time is the best medicine. Well done. Well done. Well done. That's how my mother always says. My mom used to say that all the time. Now she only says it a lot. Sounds like a wise woman. Listen to her advice. Now you have a good one young man. Was there anything else you needed by the way? So, what have we here? noch fallen hier. Hier, die weiß es doch bestimmt. Dass die auch alle so nah beieinander sind irgendwie in der Stadt. Oh, sie hat auch die Tabletten. Hast du Dennis gesehen? Was hat sie erzählt? Ich weiß nicht, was ich mit ihr tun habe. Sie ist meine Daughter. Und ich fühle mich, dass ich sie verletze. Ich muss gehen. Der Chef sieht mich, John, anstatt ich arbeite. Und ich werde ein Ohr voll. Okay. Verpeinigt. Die wissen alle Bescheid von der Schlägereien irgendwie. Ich gehe damit voll lustig um. Irgendwie so voll locker. Das wäre mir so unangenehm, wenn ich mich mit jemandem prügeln würde. Und alle wissen Bescheid. Vor allem ein richtiges Dorf. Die leben auch noch alle irgendwie nebeneinander. Oh, das ist er ja. Ah, nee, ist er nicht. Ich habe schon Dennis gesehen. Dieser Satz. Anna arbeite einen Großteil der Tage im Café. Ich würde wirklich gerne reden, wenn du noch hier bist. Ah, meine Ex meldet sich. Aber muss ich jetzt nicht erst mal Dennis suchen, anstatt ins Café zu gehen? Dennis, ich will mich bei dir entschuldigen. Das so auf die Fresse gehen, war nicht so gemeint. Vielleicht ist er hier irgendwo hinten. Muss auch irgendwo ein Dennis geben. Dennis. Muss erst mal ins Café, oder? Ja, dann gehen wir erst mal ins Café. Hier haben wir sicherlich auch nichts gesehen. Den kann ich gar nicht reden. Oh, Sam. Ist das du? Lieber, bitte, could you help an old doddering woman? Grüß dich, Tartrigg. In the wind coming, I'm a story. You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam. Ähm, you shouldn't say such things, even if they're true. Äh. Gedankenpalast. Aufräumen. Oh, das hätte ich jetzt machen können, ja? Kann ich immer nur entweder oder machen? Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh dear. Now, I know you want to interrupt her, because I want to interrupt her. So, eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and... well, far from me to... Have you seen Dennis since yesterday? Have you not learned to not interrupt people when they're talking, Sam? I don't have time for a small talk today. Boah, ich bin ein richtiges Arschloch. I haven't seen Dennis. You have a nice day. Oh. Oh, volles Arschloch. Anna's here. I should talk to her. Anna! Anna! Betting there'll be a few more cups before she leaves. Some things never change. Sam, I didn't think you'd actually show up. I didn't think I would either. But hey, sometimes we surprise ourselves. So, I hear you got in a fight after I left the wake? Äh, geschieht ihm ganz recht. Wo ist Dennis, man? Ist mal ernsthaft. I'm working on an article. On how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down. Or try to involve the cops. She might do those things, yes. Or she might be someone, who you can trust. You could help. Oh. Verheimlichen, erzählen. Das ist doch wieder eine perfekte Entscheidung. Für die Community. Los geht's! Erzählen. Verheimlichen. Hör ich auf meinen Verstand oder auf den des Anderen. Sehr cool, dass man das entscheiden kann. Das ist übrigens die gleiche Person. Das sind eigentlich wir nur mit einer anderen Frisur. Ähm, ja. Dann habt ihr euch entschieden für Erzählen. Und da hätte ich auch tatsächlich gesagt, das mache ich. Sehr gute Entscheidung, Leute. Ja. Ja. Ich mache meine eigene Sache. Oh, Sam. Was hast du getan? Jetzt fang gelohnt vorbeizukommen. Ihr seid ja Süßis. Wir ticken alle gleichi. Wir ticken alle gleich, Gnuss. Oh, yeah. Ich habe eine Frage. Und zwar beeinflusst du das Spiel, je nachdem wie du dich entscheidest? Oh, ja. Und es gibt sehr viele Entscheidungen. Ich entscheide mich tatsächlich auch ein bisschen nach euch, muss ich ehrlich gestehen. Aber wir sind eh alle so gleich mit unserer Entscheidung, dass ich fast immer die gleichen Entscheidungen treffe wie ihr. So, wie komme ich da jetzt hin? Muss ich da vielleicht einfach da landen? Ah, okay. Das ist wahrscheinlich dieser... Ah. Ist es das hier? Hier, das? Ah, hier. Ah. Ah, danke schön. Locked. Ich muss mich nach hinten schauen. Mein, mein, mein. Schau, was wir hier haben. Oh, oh. Ist das Sam Higgs? Trying to get back in a newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. Ich will, ich bleibe nicht lang, ich bin bald weg. Ich bin ein ganz harter Hund, du. Ganz harter Hund. Dankeschön, Absuru. Ich glaube, hier setze ich hinter der Tür auf, oder? Yes. Let it snow, let it snow, let it snow. Die typischen Highschool-Bullis, aber echt. Oh, shit. Heh heh, Pac-Man's. Dennis! Dennis! Nein, ich glaube tatsächlich, Dennis wollte uns was zeigen und er wurde abgestochen, da bin ich mir ganz sicher. Wir waren das nicht. Ich glaub's nicht. Ja, guck. Nein, nein, nein. Dennis wurde abgestochen, weil er uns was zeigen wollte. Vom Stuhl gefallen. Der arbeitet nicht mehr. I have children, sagt er. Schrecklich. Das ist ja voll das Horror-Game. Dennis? Nein, nein, nein. Ach so. Ich kann ihn quasi jetzt töten. Da hinten. Ich kann ihn quasi jetzt töten. Und dann war ich's wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt falsche Entscheidungen mache, dann töte ich ihn und dann bin ich tatsächlich der Mörder gewesen. Kann das sein? Scheiße. Don't give up, Sam. You almost have it. Scheiße, man. Diese Aufgaben werden mich irgendwann noch richtig abfacken, sag's euch. Dessert. Hier. Oh, hinten, hinten. Uff. Ist irgendjemand, der mich an irgendetwas hindern möchte. Dessert. Komm, Sam. Keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Scheiße. Chest wound? What kind of weapon did this? Ein Schussloch. Ein Schussloch... Ach du Scheiße. ich will hoch hier hoch ich will hoch da ist noch was fuck 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 ah der druck ah hier scheiße voller druck ah hier hollte voller druck Oh Mann, wo? Hat Drohnen am Boden, sagt er. Panik! I can't see anything! Wo? Seht ihr irgendwas? Oh no, ich hab nicht genug! Fuck! Scheiße! Er wollte uns irgendwas zeigen, deswegen wurde er umgebracht. Der Typ mit der Brille ist in unserem Kopf irgendwie. Der Typ mit der Brille ist auf dem Kopf. Der Typ mit der Brille ist auf dem Kopf. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Wenn du deinem Blut rumstabst, du geiler! See if I can find out why someone would murder Dennis. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis' computer is still signed in. Seems like a good place to start. Dennis' Entwurf lesen. So. Werde heute später rausgekommen. Tut mir leid, ich muss einem Arschloch die Welt erklären. Ich werde nicht wach sein, um Frühstück zu machen. Aber da sind ein paar Waffeln im Gefrierfach. Und es müssen... Okay, und es müssen... So, was gibt's denn noch hier so Feines? Kann ich irgendwie auch den Ordner durchsuchen oder nicht? Kann ich nur die Drafts zurück... Entwürfe, Posteingang, so interessant. Bringende Mail. Ah, von Nick. Ich hätte nicht gedacht, nochmal von dir zu hören. Wenn du reden willst, dann höre ich gern zu. Wir können uns gerne mal treffen. Was haben wir denn noch? Neugierde. Äh, Reh. Neugierde. Hey, Walt. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Äh, wie es scheint, bin ich letztendlich doch eine Sackgasse geraten. Nächstes Mal habe ich hoffentlich Glück. Nick Warden. Wie kann ich da runterschalten? Ah, hier. Äh, ich hoffe, du hattest eine gute Reise. Also du hattest letzte Woche erwähnt, dass du eine große Geschichte auf der Spur bist. Ich fürchte, hier bei uns gibt es bisher nur Belangloses. Ich hatte gehofft, dass du mir alte Eulen vielleicht erzählen magst, was du im Ärmel hast. Ah, okay. Hm. Das Puzzle kommt zusammen. Dennis hat alle E-Mails gelesen. Er hat herausgefunden, dass Nick seine Anfänger nicht zuhören hat, wie er Walter sagte. Und dass Nick noch immer mit einem Informant gesprochen hat. Und dass Nick noch mit einem Informant gesprochen hat. Dann hat er mich entschieden. Und jetzt ist er tot. Ich muss nachzunehmen, welche Anfänger nicht in seinem Office gelegt. Und nachzunehmen Walter's Computer. Sie müssen mir etwas für mich weiterentwickeln. Dass er ja auch so ruhig bleibt. Ich habe so Schiss, dass jemand reinkommt und mich sieht. Ich habe so Schiss in hier, aber nichts davon ist für mich. Uff. Hallo in Ali. Okay, jetzt brauche ich irgendwelche Infos und Hinweise, ne? Das wird jetzt nochmal geil werden. Namensschild. Aber wer könnte es gewesen sein? Ich glaube, es war auf jeden Fall männlich. Walter hat uns immer als Familie verletzt. Er muss die Person kennen, sonst würde er eben nicht die Waffe geben. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht die Tochter. Manche haben geschrieben, vielleicht die Tochter. Das glaube ich nicht. Es war, glaube ich, eindeutig ein männliches Profil. Hier. Passwort eingeben. Ach herrje. Oh Gott, dein Passwort. Ist hier vielleicht irgendwas, was interessant sein könnte? Hm. Oh Gott, ist das ewig lang laut. Was ist hier für Forgot your Passwort? Kann ich auch nicht machen. Dann gehe ich mal auf zurück, oder? Ja, Katze vielleicht. Da unten ist doch auch eine Katze, oder? Bestimmt Cat, oder? Komm, lass es nicht so einfach sein. Kann ich es eingeben? Ich würde es gerne eingeben. Mein Herzenswunsch. 100 pro Katze, oder? Wieso kann ich es nicht eingeben? Ich weiß es doch. Es ist Katze, Mann. Da unten ist es doch zu sehen. Das war das LOL. Ja, oder Name der Katze. Woher will er das essen? So ein kleines, süßes Büro. Vielleicht ist hier irgendwas? Nee. Gemälde vielleicht? Nope. Hier? Walters Computer? He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Okay. Let's give it a try. Walters Computer? Walters Schreibtisch. Betrachten. Walters Desk is just like him. Big and full of mystery. Suchen. Untersuchen. Lesen. Noziz, es ist höchste Zeit, dass dir jemand die echten Klassiker nahebringt. Hier, Brief. Lesen. Gemäß dem Wunsch ihrer Mutter freue ich mich, ihm erteilen zu dürfen, dass sie ihre Mutter auf dem Weg zur falschen Genesung befindet. Nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung ist sie nun imstande, unsere Obhut zu verlassen. Gemäß meiner Empfehlungen wird sich Miss Judith in Kürze auf dem Weg nach Costa Rica begeben. Ich glaube, da ist nichts Wichtiges drin. Vielleicht hier? Da? Das ist bestimmt. Oder Paul? Brian ist es bestimmt, oder? Das ist doch schon der Name. Der Name ist sein Passwort. Yes. Postgarten vielleicht noch? Ich hoffe, du arbeitest nicht so viel. Okay, es ist bestimmt das. So, 100 pro. Da bin ich mir sogar sicher. Suchen. So, Passwort eingeben, bitte. Aufsperren. Es ist auf jeden Fall die Katze. Oh. Kann auch nicht dreimal erst ein scheiß Passwort eingeben? Oh Gott. Glück gehabt, weil nach dem dritten Mal wird es doch gesperrt. Passwort. Hilfe. Hier ist der Bericht zu Nix Unfall. Du hast schon eine ganze Weile nicht mehr nach so etwas gefragt. Nicht wirklich interessant. Es ist nur ein weiterer trauriger Tag im Straßengraben. Die Straßen West Virginias nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Okay. Zurück. Äh, zurück. Gesendet, gucken wir mal. Das hat er geantwortet. Ich wollte dir erneut aufs Tiesenherzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht, habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigt hast. Was war das für ein Geräusch? Okay. Zurück. Posteingang war auch nichts mehr, ne? Außer die eine. Mehr nicht? Kann es das wirklich sein? Mehr gibt es hier nicht? Ist ja voll lächerlich. Was hat denn der in seinem scheiß Passwort drin? Das war's? Ah, da war auch eine Datei. Hier ist der Bericht zu Nix Unfall. Du hast deine ganze... Genau, das habe ich schon gelesen. Wie sollte denn... Ah, okay, das habe ich gelesen. Ist aber eine Datei, die ich öffnen kann. Das sieht alles stark nach Routine aus. Unfallhergang. Ah, okay, das ist interessant. Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben. Feuer brach beim... Oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Nicolas Walden auf dem Fahrersitz aus. Reifenschuhe und andere Spuren legen nahe, dass der Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Fahrer war vermutlich angetrunken. Aber man hat doch gesagt, dass der nicht schnell Auto fährt. Das stimmt doch irgendwas nicht. Warte, das macht nicht Sinn. Nick würde nie fahren, ohne sein Seatbelt auf. Airbags ausgelöst, Sicherheitsgurten nicht angelegt. Fenster geschlossen. Fahrer war vermutlich betrunken, hat vergessen, sich anzuschnallen. Der Fahrer brannte einen kleinen Bereich im Auto um das Auto nieder, breitete sich jedoch nicht aus. Es ist ungewiss, ob der Fahrer der eigentliche Unfall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkungen, das Einatmen von Rauch oder Verbrennung sind alles mögliche Todesursachen. Ja, Daten ist unfassbar, aber für Einzelheiten der Untersuchung. Weird. Walter scheint es zu kaufen, aber ich weiß nicht, ob ich es mache. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich Nick's Office checken habe. Ich hoffe, er hat seine Noten ausgelöst. Okay, Nick's Office. Na, 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 on you, babe. Na, 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 na. Nix, Regal. Einer von denen hier wird es gewesen sein. Vielleicht sogar der Chef. Habt ihr schon einen Hinweis? Haftnotiz. Haftnotiz. Einerseits mag ich es, aber es ist schon gruselig. Ja, es ist geil gemacht, also muss ich schon sagen. 23.41 Uhr. Nicht vergessen. Was denn das für eine Zeit? Oh. Seltsam. Vereinbarung macht. Es ist schon sehr seltsam. Okay, zurück. Aha. Archiv. Oh, da ist bestimmt die Waffe drin. Werd ich mit euch. Es. Aha. Aha, aha, aha. Willkommen der Sache auf die Spur, Leute. Unangenehm. Unangenehm. In Ruhe lassen, umdrehen, nehmen. Oh, das glaube ich. In Ruhe lassen, oder hinterher mache ich. Aber, na, ich habe jetzt schon Fingerabdrücke hinterlassen. Not that easy. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich denken soll, tatsächlich. Okay, ich glaube, dass es hier dann nichts mehr gibt, ne? Nichts Computer ist missen. Ja. Ja. Tooken home to work or stolen. Okay, Schreibtisch haben wir angeschaut. Was gibt es hier noch? Nix, Name. Okay, hier kann er nichts sagen. Hello. Da unten ist noch was. Nix, Schubladen. Okay, da kann man nichts machen. Da sagt er nur was. Okay, ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe am Schreibtisch, Leute? Irgendwas muss hier doch noch sein, oder? Ah, hier. Lesen. Ich habe die Peperoni-Rolls in den Kühlschrank gelassen. Aber da ist nicht so lang. Für erstes nächstes Mal bist du dran. Such weiter. Weißt du noch irgendwo was? Hab ich irgendwas verballert? Irgendwas, was ich nicht gesehen habe, Knutellas? Das Bild kann ich ja auch nur schauen. Ich hätte das Bild umgedreht, Bild umdrehen. Ich kann nichts mehr machen, leider beim Bild. Aber dann kommt es vielleicht so, als wäre ich da irgendwie noch eifersüchtig. Hier gibt es, glaube ich, auch nichts mehr auf der Pinnwand, oder? Ich glaube, es war Nick. Ist er gar nicht gestorben? Wenn jetzt hat er rausgefunden, wollte es Sam erzählen. Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass er seinen Tod komplett faked. Also, ich habe echt auch gar keine Ahnung, was es sein könnte. Hm, das war es tatsächlich nix Büro. Das glaube ich aber nicht, oder? Was ist hier für... Ah, hier ist noch was. Ein Tagebuch. Vielleicht ist das... Ach, das ist von einem Kind, oder wie? Ach, eins. Drei, eins, zwei, eins. Ah, Danger steht da, aber. Schreibt denn seinen scheiß Code schon hier irgendwo auf? Okay. Ich glaube, das ist der Code. Aufsperren. Tatsächlich? Verdammte Scheiße, mach das Kack-Ding jetzt auf. Äh, wie war es nochmal? Scheiße, ich habe es vergessen. Zwei. Drei. Hier. Eins. Ah. Drei, eins, zwei, eins. Okay, nochmal. Drei. Eins. Zwei. Eins. Holy shit. Nick always kept extensive records of his work. It was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Hm, okay, schauen wir mal hier an. Lesen. Sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Stilllegung der Mine völlig normal. Kurve flacht im letzten Jahr etwas ab. Erholungen, Zahlen sehen gut aus. Trend oder Ausreiser brauchen mehr Daten. Nick was looking into the impact, the closure of the mine had on Batch. Glasswood. What was he looking for? Aha, okay, bedenkt, man hat ja schon gesagt, er sei ein schlechter Mensch. Nick was traveling all over. Train-Tickets, Hotel-Bills, out of state even. He was tracking something. Er hat etwas verfolgt oder jemanden. Name des Passagiers Nick Waldron, West Virginia, Florida, Zugnummer. Hm, was hat er gemacht? Kontakte. Nick had a contact. Same name as in the E-Mail. Er war nur etwas groß. Mit D, nervöser Typ, aber könnte etwas Nützliches wissen. 17 Uhr, zweites Treffen mit D. Daniel vielleicht? Das ist tatsächlich eine Spur vorausgesetzt, dass er nicht nur Quatsch erzählt. Will sich immer an gruseligen Orten treffen, hat vielleicht zu viel Filme gesehen. 10 Uhr. Mit D musste ihn zum Frühstück einladen und er sagte, dass wir uns nicht mehr treffen können. Scheint eine Sackgasse zu sein. Dachte, ich hätte ihn verloren. Gut, dass er wieder reden will. Hä? What the fuck? Absolut fest in das Game. Ich finde es auch saugeil, Leute. Also echt. Oh, danke, Claire. Das ist lieb. Ich muss sehr vorsichtig sein. Nick hat sich übernommen. Er wollte mir etwas sagen. Oh, scheiße. Dennis ist tot. Ich habe ihn nicht getötet. Ja, dass er tot ist, weiß sie selber. Anna. Ich habe nicht den Dennis. Oh mein Gott, nein. Wie könnte das passieren? Er hat letzte Nacht. Hundert Jahre. Nicht viel, was wir jetzt tun können. Er hat mich gefragt. Er hat mich gefragt, aber ich war so krank, ich kam late. Und der Person, der eigentlich kam, kam ihn. Ihr blöde war sicherlich von diesem. Das bedeutet, dass du hier war gestern. Es links dich zu der crime scene. Und du hast mich übernommen, alle morgens fragen, über Dennis. Es wird nicht gut sein. Wir müssen die Polizei. Sie denken, ich habe ihn. Ich dachte, ich habe ihn. Ich habe keinen Alibi. Das ist nicht über dich. Dennis hatte eine Familie. Sie müssen wissen, was passiert ist. Es ist das richtige Ding, zu tun. Wollt ihr, Walter, seinen Körper zu finden, am Montag? Sie hat einen Punkt. Someone is going to find him eventually. Oh, scheiße. Boah, scheiße, schwer. Black Soul, dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Die Polizei rufen sofort gehen. Das ist doch wieder eine Entscheidung für die Comgnunity. Und los geht's. Also, wenn ich die Polizei rufe, werden sie mich verdächtigen. Ganz klar. Andererseits kann sie für mich gutes Wort einlegen und sagen, sie glaubt nicht, dass ich's war. Und man muss ja irgendwie nachweisen, dass ich's nicht war. Dumm halt, dass ich ins Blut gestiegen bin. Sofort gehen macht mich eigentlich nur verdächtig. Ich würde auch Polizei rufen, da es ja eigentlich nachweisbar sein muss, dass ich's nicht war. Weil auf der Waffe, auf der Tatwaffe würde man ja Fingerabdrücke finden. Die können ja nicht von mir sein, wenn ich's nicht gewesen bin. Heißt, wir gehen hier mit. Und wir haben am Anfang auch gesagt, dass wir ehrlich sein wollen und Antworten finden wollen. Und genau das machen wir jetzt. Die hat ja ganz schön Eier, die macht sich ja auch verdächtig. Hat uns im ganzen Büro Fingerabdrücke hinterlassen. Voll der tolle Detektiv hier, oder? Statt Handschuhe anzuziehen, irgendwie was für die Haare, ne Haube, Schuhe, irgendwie was drüberziehen. Nichts. So ein geiler. Museldusel, danke für den Pranny. Unfallstelle, ist voll gruselig gemacht, Mann. Ich hab ein ganz dummes Gefühl irgendwie. So, hier ist ja klar. Scheint, er scheint hier runtergeschlittert zu sein. Kurve. Oh, dankeschön, ein Black Panther für 300 Bits. Dankeschön. Oh, die Schilddicke ist ja ganz schön viel. Spricht ja eigentlich dafür, dass er vielleicht gar nicht mehr bei Bewusstsein war und er schon längst tot war. Hm, es war ein Mord und man hat ihn runterrollen lassen, denke ich mal. Dass da die Polizei nicht draufkommt. Hm, ich glaube, das ist also ganz klar hier. Okay, dann lass uns mal runtergehen. Ich weiß zwar nicht, wie weit dieser Bereich hier ist, aber hier geht's auf jeden Fall Auto-Teil. Ja, aber wirklich, ey. Ist hier noch irgendwas Auffälliges runtergeflogen? Danke, Diddl, für den Stufe 2 ist ab und drei Monate im Voraus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, verkohlter Baum. Gibt's auch sicherlich noch viel, viel mehr Hinweise. Ein Hinweis, ein Hinweis. Hier vielleicht irgendwas? Hm. Danke, Black Panda, für zwei Minuten. Irgendwas muss hier doch noch sein. Irgendwas, vielleicht sogar hier weiter vorne irgendwas. Muss ja für sie auch übelst beschissen sein, oder? Hier zu chillen und zu wissen, da ist ihr Freund gestorben. Ah, da ist da noch was. Vielleicht hat Nick versucht, dieses Logo zu vermeiden. Es ist ein bisschen weit von der Straße. Far from the road. Kurve. Nee. Danke, Diddl, für 500 Bits. Bist du des Wahnsinns? Da oben? Wo hab ich was vergessen? Wo hab ich was verpasst? Vielleicht hier auch noch irgendwas? Man kann ja schon... ...'n bisschen weiter gehen. Wo der Baumstamm war. Ach, da geht's noch weiter hoch. Okay, warte mal. Oh. Ah. Oder den Mörder, der das Auto gefahren hat, um ihn eigentlich umzubringen. Oh, schau mal. Oho, oho. Okay. Ah. Okay. Ich spiel Twin Mirror, das ist von den Machern von Life is Strange, Tell Me Why und vielen anderen Games. Ja, guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Ich hab alles, oder? Was ich brauche. Das ist all die Informationen, die ich brauche. Zeit, um alles zusammenzubringen. Okay, Gedankenpalast. Oh, jetzt wird's spannend. Yeah. Der Report sagt, Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. Das ist auch eine ganz andere Spur, wo er rausgefallen ist. Nee, das funktioniert nicht. Das sehen wir schon. Vielleicht wollten ja auch die Leute aus der Stadt ihn umbringen. Danke, Skyberrin. Danke, Snufkin. Oh, nur Witz. Bremse manipuliert, sieht stark danach aus, weil er hat ja auch nicht gebremst. Also, es sieht schon sehr, sehr seltsam aus. Also, das kann es nicht gewesen sein. Hindernis ist es nicht gewesen. Oh, das arme Tiefchen. Das hätten wir auch ein totes Tier gefunden. Baumstamm. Ich will mal gucken, wie der Baumstamm aussah. Baumstamm? Nope. Auch nicht. Keine. Hm. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Baumstamm, keine. Ich habe jetzt mal keine eingegeben. Vielleicht doch der Baumstamm? Nee. Boah, es sieht schon mega gut aus. Das Spiel ist echt geil, ich sag's dir. Ich sag's dir. Aber es passt nicht. Aber es ist ja hier runtergefallen. Es passt keiner der Punkte irgendwie zusammen. Da ist irgendjemand mit ihm straight runtergefahren. Rack. Das Feuer hat both the car and the tree heavily. Ausweichung geht nicht. Nee, das kann es aber nicht gewesen sein, Leute. Es wäre geil, wenn man so etwas echt machen könnte. Ich glaube, ich muss noch mal hierhin. Auto und Benzin, Nick. Ich glaube, ich gehe noch mal hierhin. Ah, wie geil, das dich auflöst. So, gucken wir mal nach Nick. Bewusstlos. Bei Bewusstsein. Ich glaube, er war bewusstlos, ganz ehrlich. Das kann mir keiner erzählen. Auto. Keine Verbindung. In Brand geraten. Benzin-Lag auf jeden Fall. Passt es jetzt? Yo, yo, yo! Oh, ich glaube, wir haben es. Das war es. War es das? Ja, das war es. Dankeschön, Mieze Katze, du in den Bitzis. Das war es, oder? Oder Benzin-Lag muss ja sein, weil es war ja dieses Benzin da. Vielleicht war er doch nicht bewusstlos, oder was war hier noch? Was konntest du hier noch auswählen? In Brand geraten. Keine Verbindung. Ich guck mal, wie es aussieht, wenn es in Brand geraten wäre, okay? Okay. Ich guck mal ganz kurz. Und deswegen ist er auch verbrannt. Aber es stimmt irgendwas noch nicht. Vielleicht war er tatsächlich... Er muss ja bewusstlos gewesen sein, oder? Nicht bewusstlos in Brand geraten. Habe ich noch irgendwas verballert, Leute? Vielleicht war er doch bei Bewusstsein. Bei Bewusstsein. Mal gucken. Nein. Das war es nicht. Ich mach ihn jetzt bewusstlos. betrunken auch nicht aber hier kann ich die nur eine Simulation befindet die Evidence das Polisreport war falsch Musik 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 Das war's. Das ist geil gemacht. Das ist geil gemacht. Das kann doch nicht sein, dass das kleine Mädel das Auto bewegen kann. Horst, danke für dein Prime. Das glaube ich nicht. Ich dachte, du warst. Ich habe. So, hast du etwas gefunden? Nick, er wurde murdered. Ich bin sorry, ich weiß nicht. Die Polizei war sicherlich falsch. Fucking... Anna? Hier, einfach... Joe, es ist Sam. Wo ist Anna? Ist sie okay? Ja, sie ist hier. Sie ist nur ein bisschen beschäftigt. Ich brauche, sie zurück zu kommen. Es gab ein Break-In in ihrem Platz. Was? Du bist okay? Was hat passiert? Ich war nicht da, wenn es passiert. Ich habe nur einen Rennen. Ich habe die Polizei, dann habe ich meine Tochter. Wir sind auf uns. Gruselig. Hä, wer ist denn das jetzt? Ich will das wissen. Wer stalkt uns? Vielleicht war es seine Ex-Freundin. Nee, nee, das war irgendwie... Es sah aus gerade wie die Tochter, aber das kann nicht sein. Ah, es war vielleicht die Mutter, die Ex-Frau. Ja, ja, die Ex-Frau von Nick. So, das könnte es sein von den Haaren her. Ich glaube, die drei Typen sind es nicht. Die sind so offensichtlich. Sie ist genau wie früher. Ich hoffe, ich bin anders genug. Ich komme schon klar. Guck, du hast jetzt zehn Minuten, aber es ist schon immer cool. Das ist saugeil. Das könnte tatsächlich die Ex-Frau sein, aber die vielleicht ihren Mann zurück wollte. Ich habe immer noch vieles Koffer in eine Branche. Ich habe nicht gedacht, dass ich es wieder sehen kann. Ich habe nicht mehr Zeit, nachher. Es ist gut, Vater. Ich kann das. Es hat jemanden in meine Frau, und du willst mich einfach nur siten und warten? Ja, das ist genau das, was ich möchte. Du hast nicht eine Beobachtung? Ich habe immer eine Beobachtung. Wenn ich eine Beobachtung mehr oft, dann bin ich nach Hause. Sam, talk some sense into meine Frau hier. Verrückter Tag, was? Ärzte sind wichtig. Joe könnte helfen. Ärzte, Anna, Joe ist ziemlich stark für ein altes Mann, der nicht gehen kann. Das ist richtig. Und Sam hier hat eine gute Meinung für eine vollständige Hügel. Dad, ich liebe dich. Und ich liebe dich, dass du mich beschädigst. Aber bitte, es wird okay. Geh' dich zur Doktorze. Die Polizei wird bald hier sein. Das ist klar, dass du hier bist. Das ist dein Haus, dein Regeln. Ich werde dir das. Danke. Danke. Though, bevor ich auf... Sam, du sagst mir, ob etwas passiert, was? Anna ist brave, und sie ist stark. Aber sie ist auch stubborn. Dad, ich sagte, ich kann sich selbst auswählen. Und ich bin genug genug, wenn Dinge nicht richtig sind. Du sagst mir jetzt, Sam. Du sagst mir, ob meine kleine Frau ist in danger. Ich kann nicht mehr über sie mehr, also ich brauche dich zu halten. Du sagst mir, wie ich nicht hier bin. Ich weiß nicht, dass wir nicht zu einem desperten Vater wissen. Irgendwie ist unser Gewissen doch ganz nett. Oh Gott, Hilfe, was passiert denn? Oh shit. Warum ist es so eine wichtige Entscheidung? Die Community entscheidet. Warum ist es so eine wichtige Entscheidung jetzt? Versprechen oder ablehnen? Also ich würde es eh versprechen, aber du kannst sowas nicht versprechen. Aber wir können ihn damit halt eigentlich beruhigen, oder? Okay. Wir versprechen es. Wir können es wahrscheinlich nicht halten. Ich kann es noch nicht auswählen. Sam, nicht. Ich will nicht, Jo. Es ist etwas passiert. Es könnte gefährlich sein. Aber ich werde sicher, dass Anna nicht in es verabschiedet werden. Okay. Ich vertraue dich auf das. Ich bin kein Kind. Ich entscheide, was ich verabschiedetze. Du kannst mich nicht verabschieden. Ich will einfach, dass du nach dir nachschiedest. Ich wollte einfach nicht, dass du dich überraschst. Du bist beide so patronisierend. Ich gehe rein. Wir sehen, wie schlecht es ist. Ich muss endlich in die Richtung gehen. Aber vielleicht sollte ich erst auf das Haus schauen. Okay. Das sagt ja nicht umsonst. Anna und ich haben unsere Nacht hier verabschiedet, versuchen, alle die Konstellationen zu finden. Sieht aber geil aus hier. Mit dem Fluss. Richtig, richtig schön. Aber ich hätte, glaube ich, hier nachts zu leben voll Panik. Weil der Fluss so laut ist, dann hörst du eh nicht, wenn jemand einbricht. Da hätte ich richtig Angst. Gartenhütte. Deswegen. Also da bin ich schon echt ein Schisser. Ich verstehe auch, wenn Leute irgendwie umziehen, wenn bei ihnen eingebrochen worden ist. Ich suche gerade nach Einbrecherspuren. Schnaffing. Hier hinten vielleicht. Ist echt schön hier, muss ich sagen. Wow. Ein Waldweg. Hört zu Nix Hütte. Dauert. Ich finde die Musik auch saugeil. Also so richtig gruselig, spooky irgendwie auch gemacht. Also ich habe jetzt nichts krasses draußen gefunden, muss ich ehrlich gestehen. Aber, ihr könnt mich eines Besseren belehren. Ich würde jetzt mal hier... Hier ist noch was. Eintreten. Schnaffing. Schnaffing. Ja. Ganz klar. Das kommt auf jeden Fall auf YouTube, ja. Klaro. Klaro. Klaro, Kadett. Klaro. Schön zusammengeschnitten für euch. Also, dass keine Pausen drin sind und so. Vielleicht mal zum Beispiel Pipi machen gehen. Vielleicht beim Beet? Da war tatsächlich nichts. Vielleicht Fußspuren. Beim Beet war nichts, oder? Annas Haus. Alte Erinnerungen werden wahr. Extrem unangenehm. Die arme Wurschtel. Anna is not well. This time at least try to be there for her. Sagen wir mal ein gewissenesvolles Arschloch. Heute haben wir Kirsche und Erdbeer. Nein. Kann ich nicht, kann sie nicht mit dem mit der Brille sein, mit meinem anderem Ich zusammenkommen? Ist das vielleicht mein Ich, was sie gerne hätte? Ich glaube nicht, dass sie nicht weiß, dass ich hier bin. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Alles. Es ist der Gedanke. Der Effekt. Gib ihr einen Drink. Nur zeig ihr, dass ihr hier seid. Ich bin nicht sicher, wie ein Drink macht sie besser über Mörder und Breakdowns. Der ist halt so richtig sachlich, ne? So, überhaupt nicht mitfühlend. So, warum soll ich was zu trinken bringen? Bringt ja nichts. Sie hat ja keinen Durst. Aber einfach diese Geste, weißt? Die Arme, ey. Voll scheiße, ey. Das wäre für mich echt so, so schlimm. Also, wenn jemand in deinen heiligen vier Wändchen war. Oh. Süß. Eine Notiz. Es tut mir leid wegen gestern. Du hast recht. Ich war distanziert. Die Dinge waren in letzter Zeit ziemlich chaotisch auf der Arbeit. Du musst mir nicht verzeihen. Aber für den Fall, dass du mich zu einem Konzert einladen willst, lasse ich diese beiden einfach hier. PS. Sind auch ein paar Peperoni-Rolls im Küchen. Der wird sein Peperoni-Rolls. Äh. Hier die Konzertgarten. No, ist das süß. Kakao. Kakao. Kakao ist immer gut. Oh, wie süß. Ist das süß. Ja, ein Kakao wäre, glaube ich, nicht schlecht. Hier wahrscheinlich nochmal rein. Die Vorratskiste. Wo ist die? Wie ist das nochmal? Abomative? Oder dieses andere? Anstatt Kakao? Obermaltine. Samstuff? 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 Wieso haben sie mir das so gezeigt? Okay. Weinflaschen. Solche Arschlöcher, gell? Schon richtige Schweine. Ah, da fühlt man sich so eklig. Also das kann ich voll nachvollziehen. Ja. Ja. Vor allem hast du einfach... Ja. Stay here in the moment. Stay here in the moment. No drinks in here. So. Moment. Die, 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 die. Die, 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 die. Die, die, die. Okay. Hier oben. So. Was habe ich jetzt geholt? Ich war gerade abgelenkt. Sorry. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich ab und zu zwischendrin noch klären muss. Was habe ich jetzt geholt? Vielleicht checkt er das mit dem Trinken als Gäste nicht, weil er ein Autist ist oder weiß man... Ja, das kann auch sein. Ja, weil irgendwie ist er ja... Also, ja, wer weiß. Was? Oh, hier. Getränkeschrank. Ah, here's where she keeps the drinks. Whisky-Schokolade get cranky. Limited. Schokolade-y. Okay. Muss ich dir das auch irgendwie zubereiten oder kann ich den jetzt einfach haben? Den Drinky Winky. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt habe, ich glaube aber nicht. Kann ich den ihr jetzt einfach nicht geben oder wie sieht es aus? Ah, jetzt kann ich mit dir reden. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist einfach so... das ist einfach so... Nick? Haus ich? Sam, du musst ihn nicht mehr verraten. Mach sie mit ihr, oder denken, über was anderes. Alles ist verraten. Ist das so, wie... das Schade? Oder ist es mit dem Ruhm? Das ist mir... Du bist nicht alleine. Hier, trinken. Das wird helfen. So, dann quatsch mal mit mir, Gutste. Das war's. Okay, ich durchsuch mal dein Haus jetzt. Hier auf jeden Fall. Das Bild auch kaputt machen. Das ist einfach so dumm. Hier, was ist das? Ananas Tagebuch. Ach, Ananas. Ananas Tagebuch. Artikel. Jedes Jahr präsentiert die Greenmount Grundschule Das Talent junger Kreativer in einen Kunstwettbewerb. Inmitten eines Dschungels an Kreativität fiel ein Werk besonders ins Auge eine Art kryptozoologische Figur. Hier ist doch gleich noch was interessantes. Liebe Miss Miller, mein Papa sagt, wenn jemand sehr nett ist, dann muss man ihm einen Dankesbrief schreiben, also hoffe ich, sie werden meinen mögen. Mit freundlichen Grüßen, Timmy Wolfenbrown. Okay, zu hoch. Ah, Arzneirechnung. Oh je. Wird kurz vor der finale erklärt, wer es ist. Oh, ein Gedankenpalast. Warum kann ich das jetzt machen? Das wollte ich schon immer mal machen. Was passiert da jetzt? Jetzt kann ich mich erinnern. Erinnerungen. Erinnern. Mann hat der breite Schultern. Und er ist mitgegangen, seht ihr? Oho, und er ist mitgegangen. Ist das irgendwie sein besseres, attraktiveres Ich oder... Das fand ich jetzt gerade komisch. Cyber Darkness. Die Musik ist geil. Die FSK des Spielungs. Gute Frage 16. Was glaubt ihr, die FSK? Bücher. Unordnung. Aufräumen. Ach, wie nett. Ach, wie nett, dass ich wieder aufräume. Ich weiß nicht, ob es 16 ist. Sagt's mir mal bitte. 12. Ich glaub 16. Kann mir jemand nachgucken? Hm. Gitarre, Bücher, alles klar. Weiter geht's. Zerbrochen. Warum zerbricht man sowas? Das macht man doch nur, wenn man irgendwie einen Hass auf jemanden hat, oder? Warum schmeißt man das sonst so auf den Boden? Sie hat immer noch das Gleiche an auf jedem Bild. Aufräumen. Hat das jetzt was gebracht, dass ich irgendwas sehen kann, was ich vorher nicht sehen konnte? Okay, hier hab ich ja auch schon alles durchsucht. Ich geh mal hoch. Glaube. Ich weiß, dass du sie helfen willst, indem du herausfinden willst, was passiert. Jetzt, aber... Einfach, einfach kaufen. Zu schön geht er. Er ist immer irgendwie so da. Was ist denn das eigentlich? Hä? Hey, are you feeling better? Yeah. Thank you, Sam. Sorry, I just kind of... lost it for a second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean... It hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling, it isn't over yet. I've got the feeling. Oh, ihn fragen. Guck mal, das ist eine neue Antwortmöglichkeit. She needs support. Something solid. Ist ja voll geil, wenn man so einen Lebensberater hat. Alles wird gut. Ich bin für dich da. Das geht uns beiden so. Boah, welche... Das dürft ihr entscheiden. Drei. Los geht's. Übrigens, Leute, es gibt ein Gewinnspiel. Und zwar seht ihr jetzt gerade eine Entscheidung, die ihr treffen könnt. Ihr müsst es am PC machen, am Handy geht's nicht. Die könnt ihr auswählen. Und wenn ihr zweimal genauso euch entscheidet wie ich, müsst ihr das screenshotten und das unter meinen letzten Twitter-Post posten. Denn dann könnt ihr nämlich einen geilen Twin Mirror Xbox Controller gewinnen. Und er wird morgen gezogen. So. Okay. Ich würde dann... Ich bin für dich da, wir sehen. Whatever happens, you're not alone. You're not alone. We'll face it together. Yeah. Yeah. Thank you. Ich brauchte das. Reminding her she has people to lean on is a great start. This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in. It was nice. But lately, he just closed himself off. He'd been gone most nights. At the bar or the fishing shack. Come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. I'm fine. We're be敗 implementing it. It's not fair. That's had it. I've earned it. You're right. I shut you out and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house. Danke, Wolfi, für dein Prank. Ihn fragen. Hättest du gehört, hättest du gewusst, dass sie nicht Ja sagen würde. Vielleicht der Zeitpunkt, du wolltest mich nicht, ich hab nicht auf dich gehört. Du hast es gesagt, du hast es gesagt, du hast es gesagt. Das ist ein schönes Gefühl. Ich fühle mich jetzt. Und ich danke dir für das. Es endet so abruptly, du und ich. Ich glaube nicht, dass ich wirklich Zeit habe, was passiert ist. Ich wundere, wenn es das gleiche wäre, wenn ich mit ihm war, als ich mit dem, Wie er sich mit dem, in den letzten Wochen war. Vielleicht ist es nur ich. Vielleicht kann ich nicht leben, mit jemandem zu leben, mein Leben wirklich, Kompromisse und all das machen. Ihn fragen! Das ist voll der geile Psychologe. Ich will den auch haben. Es war nicht dein Fehler. Ich bin nicht Nick. Das war nicht das Ende. Es war nicht verletzt. Es fühlt sich, wie ein Leben ist. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Er ist tot. Und alles, was wir hatten, ist getan. Und wir sind selbst, wenn wir wissen, wer ihn töten hat. Ich bin nicht von dem, egal, was wir finden. Was für dich? Ja, ich meine... Ich muss mich reinwaschen, ich lasse dich nicht im Stich. Natürlich. Okay, jetzt darf ich hoch. Na, die Arme. Geh deine Zeit. Ich werde dir erzählen, wenn irgendwas falsch ist. Wie scheiße. Stell dir mal vor, du siehst in deinen Eingangsbereich, es wurde eingebrochen. Und dann musst du alles irgendwie quasi ergründen und sehen, das ist weg, das ist weg, da war, wurde eingebrochen, hier wurde eingebrochen. Also echt, vor allem alle Bilder kaputt gemacht. Das ist so unnötig einfach. Ich bin so gespannt, wer der Mörder ist, ne? Nicht, dass sie Suizid begeht, gibt mir Zeit. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das könnte sie dann auch machen, wenn ich weg bin, also... Das glaube ich wirklich nicht. Oh, was steht denn da? What? Watch your back. Oh, voll die Drohung, wie gruselig. Ne, ich war definitiv eingezogen. Siehst du, eine Zahnbürste. Warum ist es so schmerz in hier? Andere Sachen sind noch da, aber Wetten, die von Nick fehlen, die wollten einfach nur Beweise von Nick. Irgendwann wollte Beweise von Nick, äh... Es ist nicht mal das Gleiche, ja, alles verändert sich. Ähm... Die Beweise von Nick wollten die bestimmt eliminieren. Da ist auch der Laptop. Oh, haben die das dann... Hä, warum haben die den nicht mitgenommen? Kopiervorgang, warte mal. Da sucht die gerade irgendeine... Und das lässt man einfach so offen, oder wie dumm? Holy shit, wie gruselig. Oh, oh, da hinten war noch jemand. Habt ihr's gesehen? Oh, oh, scheiße. Fuck. Ah! Sam! 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 Are you okay? I think whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house. And I heard some weird loud engine. The sagt er aus dem Weg in der Stadt. Echt? Nichts. Danke an Wolf für dein Primey. Den Schlägertyp finden, nix Geheimnis finden, nix Backups finden, würde ich sagen. Ist grad wichtiger. We need Nick's Backups. If he has any. Did he ever do anything like that? Boxes in the attic, files to the cloud, another computer. If he have anywhere besides here and the Basswood jungle, he kept things. No. No. I don't think so. I... I don't... Actually... Over the last few months... Remember I mentioned... Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. But if he was secretly using it as a second office... It'd be worth taking a look. Your father called. Said there'd been a break in. Couldn't they have gotten here two minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis' body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. Uh-huh. I'm sure we can get water. Sorry. I was just in the bathroom. Be right out. Go. Uiuiuiuiuiuiui. Die Frage ist, was wollte man uns sagen? Hmmm. Ja, ja, Werbung funktioniert. Das ist Schleichwerbung. Blödsinn. Schau da nicht hin. Ich mag das Shirt einfach. Es muss der Max sein. Nick's fishing shack. A lot of memories here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? It's a fishy-fishy Shaggy. Lassel-fishy-fishy-fishy. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Fishing-fishing-fishing-fishing. Bugg? Muley? Wie ist das? Meine Mutter wissen? Was ist das? Meine Mutter nicht wissen. Gut. Ich habe entschieden, um die Stadt zu verlassen. Bugg, das ist nicht ein guter Idee. Ich habe Essen für fünf Tage. Ich gehe und gehe nach Virginia. Du hast eine Idee, wie weit das ist? About 80 miles to get down to my Aunt Lisa. My mom hates her. Don't try to stop me. You can't leave like this. Not without telling anyone. Oh, yeah? Why not? That's what you did. She's serious about this. Careful, Sam. This is not a drill. Maybe try to bring up her mother again. So how's alles ordnung? Is there something wrong with your mom? No. I'm running away because things are so great. Plus, I know what she'll say. Calm down. Think of the calming good. She doesn't do anything. Just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was a miss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though. We should have a talk with her. Later. Oh, God. Die Mutter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Mutter was damit zu tun hat. I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here. Hello, Erkan und Stefan. Cool, dass du auf Englisch game tust. Ja, es ist... Es hört sich einfach manchmal geiler an. Habt ihr auch ein Döner-Tier dabei? Du solltest dich deiner Mutter anvertrauen. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Du kannst immer auf mich zählen. Ja, ich würde mich anbieten. Ich bin jetzt hier, Bug. Ich habe deine Brücke. Ich habe dir geplant, dass ich in deinem Vater sterben würde. Und ich mache es. Ich bin jetzt hier, Bug. Ich habe gehört. Ich war da in der Parking-Lot, ich habe gehört. Ja, well... Aber... Du wirst einfach wieder wieder nach zwei Jahren wieder verlassen? Ich denke, ich bin fertig, auf die anderen. Mein Vater, ich könnte aufzunehmen. Aber er ist... weg. Es ist nichts anderes für mich hier. Ich war falsch gestern. Sie ist nicht in denial. Sie ist schade. Es ist etwas Schreckliches passiert zu ihm, aber niemand hört mich an. Niemand lebt. Danke schön, Grazie Lena, für dein Prime. Ich vertraue auch ihm. Gehe der Sache nach. Ich traue auch um ihn. Danke, Wolf, für dein Plan. Ich weiß. Die Leute, die auf der Wagen haben dich über das verraten. Ja. Sie liebten nicht, dass ich das verraten habe. Aber Nick war mein Freund. Ich will wissen, was zu ihm passiert. Ich traue mich über das, aber ich traue mich über dich sicher. Ich weiß, dass du dein best bist. Es ist einfach, diese Stadt, du wissen? Es fühlt sich wie es es schreckt dich. Es tut mir. Es tut mir. Und ich brauche fresh air. Ich brauche einen Platz, ich kann hier. Irgendwas mit Insekten? Ja, es ist mit Journalisten, darüber haben wir doch schon gesprochen. Boah, keine Ahnung. Das ist das, was es schön macht. Kampf um Menschen die Wahrheit zu bringen, in einem Welt, der es nicht interessiert hat. Es klingt so, wie du wirklich ein Journalist sein willst. Ich weiß nicht, ob du mich versuchst, oder mich in dich zu machen, oder mein Vater zu machen. Du sagst mir nur, was ich höre. Oder was du denkst, was ich höre. Oh, ich glaube, das war nicht gut. Wir haben falsch entschieden. Ich will nur die Wahrheit, von jemandem. Ich habe meine Zeit hier mit dir. Bug. Ich habe mich verloren. Ich habe mich verloren. Ich habe mich verloren. Ich habe mich verloren. Und ich gehe. Und du kannst mich nicht stoppen. Sam, wir müssen etwas machen. Sie hat einfach Honesty. Sie hat keine Lust auf Buhl-Shit. Ich kann das mit ihr. Ich erzähle sie, was wir haben über Nick. Du kannst das nicht machen. Du bist die Mensch. Sie ist die Kindheit. Do you want her to start looking for the people who killed her father by herself? Do the responsible thing. Make her stay. It's for her own good. Danke, Clues, Ente, für zwei Monate. OMG. Äh, drohen, Kathy anzurufen, Wahrheit über nix sagen. Ach, das überlasse ich euch. Los geht's. Haut raus, Kadetten. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich würde jetzt einfach die Wahrheit sagen, weil das wollte sie. Und ich glaube, das würde sie auch dazu bewegen, zu bleiben, muss ich tatsächlich sagen. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Oh Gott, scheiße. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Ich werde nicht sagen. Ich werde nicht sagen. Ich werde nicht sagen. Ich werde nicht sagen. Und ich brauche, dass du zu Hause bleiben. Ich werde. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Das hat funktioniert. Absolut. Lass mal die Hütte hier durchsuchen. Zeichnung vom Kind. Bäh, ist voll süß. Schwanger. Oh, ich glaube halt echt. Ich glaube wirklich, dass die Katie irgendwie mit dem Mord zu tun hat, weil sie nicht darauf klarkam, dass der eine neue hat. Ganz ehrlich. Uncool. Ich glaube hier sonst nichts, oder? Ne. Was zum Jagen. Kannst du es nicht? Ah, da sagt er nichts zu. Hier ist doch irgendwas. Angelrouten. Was, Joel ist schwanger? Das ist einfach die größte, die größte Lüge ever. Bugs werden ganz schnell zu ungeziefern. Okay, hier muss irgendwo was sein, was mich... Das ist irgendwo, hat sie Schlüssel versteckt. Da oben war da noch was. Da oben ist noch was. Angelrouten sind es auch nicht. Bilder. Hier vielleicht. Dahinter bestimmt, oder? Kann ich jetzt irgendwo hier aufsperren, oder wofür war der Schlüssel jetzt? Ah, hier für den Spinn. Oh, hallo Nudelkopf. Oh, Waffen. Da fehlt jetzt bestimmt eine, oder? Also es muss immer... Ich wette mit euch, es fehlt jetzt eine Waffe. Wir wissen, es muss eine aus dem Fischer Club gewesen sein dadurch. Eine Notiz. Denk dran, Raupe. Merkt euch das mal, das ist bestimmt noch wichtig. Er fasst doch alles an mit seinen Fingern, ne? Also er tut nicht irgendwie mal Handschuhe anziehen oder so. Da ist der Kalender. Den hat er abgehangen. Warum? Was war das für ein Datum? Es war irgendwas, warum man abgehangen hat. So, da muss jetzt irgendein Datum drin stehen. Kalender, da ist doch irgendwas am zweiten an seinem Todestag. D will sich treffen. Also mit D und da ist auch gestorben. Die Pillen. Diese sind ziemlich heavy duty Painkillers. Sehr addiktiv. Kennt er sich aus. Ah, es war mit ihren Rücken. Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. Zeitschrift, da ist auch noch irgendwas Wichtiges. Da ist auch der gleiche Kaffeeuntersatz wie auf dem, merkt ihr das mit dem Bugs. Das heißt, es muss irgendwie zusammenhängen. So, eine kleine Gemeinschaft kümmert sich um jene, die durch Raster fallen. Ich spreche mit Tyler, einem Mann weniger Worte, mit Mitte 20 und mit jeder Menge Tattoos über den Ort, an dem er lebt und warum er hier ist. Es ist kalt genug, dass ich bereue, keine zweite Jacke mitgebracht zu haben. Seine Hände zittern noch nicht vor Kälte. Dies ist sein siebter Rückfall. Während seines zweiten Rückfalls verlor er seine Freundin, beim vierten seine Familie. Beim nächsten versuchte er das Haus seiner Eltern auszurauben. Aber stattdessen schlug er seinen Vater ihm fast tot. Es ist nicht so, dass ich ihm wehtun wollte. Ich brauchte einfach nur Geld und es ging mir so schlecht, dass ich dachte, dass ich sterben muss. Das Haus meiner Eltern war der einzige Ort, von dem ich wusste, dass es da Zeug gab, das ich verkaufen könnte. Dad hat mich erwischt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er hat mir in den Arsch getreten. Er hat mich mit einer Lampe verprügelt. Ich kann es ihm nicht verdenken. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe mich zu sehr geschämt. Jemand musste mir in den Arsch treten. Jemand muss mir immer noch in den Arsch treten. Linette Braham, 52, mit erkrautem Haar, sieht ihn voller Mitgefühl an. Linette ist es, der das Land gehört und sie legt die Regeln fest. Wenn es darum geht, zu entscheiden, wer gehen muss und wer bleibt, ist sie Richterin, Geschworene und Henkerin in einem. Dieser Ort heißt die Bucht. Als die Mine im Ort stillgelegt wurde, verlor eine Menge Leute ihre Arbeit und einige von ihnen hatten keinen Ort, an den sie gehen konnten. Drogen und Kriminalität stürzten sie in jene Muster, denen verzweifelte Menschen oftmals anheimfallen. Und Linette erwischte einige, die auf ihrem Grund und Boden zelteten. Sie erlaubte ihnen zu bleiben, solange sie die Regel befolgen, kein Diebstahl, keine Gewalt. Obwohl sie im Laufe der Jahre recht viele Leute rauswerfen musste, ist das nicht immer von Dauer. Tatsächlich hat sie gerade einen von ihnen wieder aufgenommen. Er möchte nicht namentlich genannt werden, aber er hat eine Menge mit Tyler gemeinsam. Ein schlechtes Verhältnis zu seiner Familie, eine Mutter mit eigenen Drohnenproblemen und eine Vergangenheit voller Gewaltverbrechen. Dieser junge Mann erzählte mir, weshalb er zurückgekommen ist. Ich kann es da draußen nicht schaffen. Jeder haut mich übers Ohr und ich versuche nur, mich nicht selbst übers Ohr zu hauen. Er hat Schwierigkeiten, still zu sitzen und droht jeden Augenblick vornüber zu kippen. Gleichzeitig hat er eine bestechende Tiefgründigkeit an sich. Ich war mal ein halbes Jahr lang trocken, kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal getrunken habe. Linette schüttelt den Kopf, während er bis zum Ende kommt. Sie lässt mich bleiben, sagt er. Ich frage ihn, woher, das weiß, wenn ich nicht, was ich sie geradewegs zu mir gekommen und hätte mir das gesagt, dass ich verschwinden soll, antwortete er. Es ist wahr, Linette lässt ihn bleiben, solange er verspricht es, noch einmal zu versuchen. Sie hat viel Geduld, die braucht man auch, das sagt sie, nachdem der junge Mann sich hingelegt hat. Jeder wird auf seine eigene Weise mit Schmerz fertig. Der Weg, der letztendlich dazu führt, Fehler zu machen, kommt in vielerlei Formen und einige davon sind fast unsichtbar. Es sei denn, man sucht danach. Wir alle straucheln hin und wieder. Die meisten Menschen brauchen ein paar Versuche, bis sie nach dem Rückschlag wieder aufstehen können. Und wenn jemand da ist, der ihnen hilft, dann fallen sie wieder hinein. Die Bruch der Hoffnung. Die Bruch der Hoffnung. Dankeschön. Rings Bahamut führt ein Stufe eins für sechs Monate voraus. Vielen Dank. Danke. Ein Artikel von Anna über ein Ort, das heißt The Cove. Es scheint, es ist eine Kommune für Ausgaben, nur außerhalb von Basswood. F. Zurücklegen. Hallo an alle Blüschis. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Okay, Leute, wir müssen es kombinieren. Kalender. Lesen. Die will sich treffen. Notiz. Oh, wir müssen es kombinieren. Denk dran, Raupe und dann dieses komische Centipillion. Ich verstehe es nicht. Versteht ihr es? Kalender und dann dieser Artikel. Das Bild, was an der Wand hing, ist bestimmt damit gemeint. Okay. Ich habe das ja alles gelesen. Ich glaube, man hat... Ich muss jetzt gucken. Die Bilder, das Bild. Okay. Das war es nicht. Die Xbox-Tasten, glaube ich. Abschlussfoto. Rechts das Bild. Ah. Ah, das. Ja, du hast recht. Super. Und Joan ist groß durchgestrichen und Buck ist da. Das Bild mit der Raupe. Da sagt er tatsächlich nichts anderes dazu. Angelrouten. Irgendwie brauchen wir einen Hinweis. Tür. Öffnen. Da finde ich ja hier noch irgendwas. Lass mal einfach mal so jetzt einstürz. Da muss ich ja auch noch rüber. Ach, ich kann mich hier hinsetzen. Ah, Flower Girl, danke. Da gucke ich gleich mal. Da kann ich mir den Gedanken schwelgen. Wer hat Nick? Wer hat Nick? Ich weiß ihn. Ich bin mit ihm. Ich bin mit ihm. Auch wenn du nicht wissen willst, sie wissen dich. Nick, Dennis, sind wir. A stone-cold killer walks die Straße aus Basswood. Das kann wirklich dich fühlen, dass du dich nicht verletzt hast. Dass du dich selbst selbst fühlen. Es wäre schon cool, wenn man immer so jemand hätte, der einem immer die richtigen Antworten gibt. Das Leben. So, hey, pass mal auf hier und hier und du solltest das und das nicht machen, weil sie ist verletzt. Jemand, der dir immer irgendwie einredet, dass man manchmal nicht so ein Arschloch ist. Und hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Dann gehe ich noch mal rein. Das Bild mit der Raupe vielleicht, sagt ihr. Unter dem Bett ist was. Yeah. Ihr Gangster dies. Da ist sowas von was drin. Untersuchen. Da ist ein Pin. Ein Coach dran, das hasse ich ja. Ich würde es einfach aufschneiden. Was hast du in diesem Bag, das ist so wichtig, dass du es aufschneiden hast? Spenden-Chat lese ich nachher. Wenn Spenden reinkamen, nachher lese ich das vor. Hinweise gefunden. Untersuchen. Bringt ja nichts, ne? Angeltasche. Aufsperren. Ich habe ja keinen Hinweis, ne? Zum Aufsperren. Nach oben, nach rechts, nach unten. Ah, das ist bestimmt dieser Zahlencode. Kann mir jemand die Lösung sagen? Ich bin so schlecht in sowas. Ich brauche die Nüten, biebbi. Ach, Raupenbild. Raupen auf dem Bild mit den Farben. Ah, ihr seid ja Gangster. klar, das wusste ich nicht. Also, die Raupe ist einmal so geil, wie die guckt. Rot, grün, blau, rot, gelb. Könnt ihr euch das kurz merken? Rot, grün, blau, rot, gelb. Rot, grün, blau, rot, gelb. Das war ganz arg lieb. Und hier ist ja, rot ist das, das fotografiere ich mir tatsächlich mal kurz ab, dass wir das hier drauf haben, damit wir das hier ganz easy abgucken können. Okay, los geht's, Leute. Es war auf jeden Fall rot, grün, blau, rot, gelb. Yay, Gangsters! Dankeschön. Voll süß eigentlich die Idee, gell, mit der Raupe. Okay, betrachten. A lot of cash. More than Nick could make in a decade. That's a lot of cash. More than Nick could make in a decade. Notiz hier, was ist das? Drogen. Hä? Opioids. From D? Nick, were you looking into drug trafficking? Nick was gathering at the cove. And that's how he found his informant, D. Ja, wer ist D? Ah, da ist der Typ, ihr habt's gesagt. Einer von euch hat's gesagt, dass es der Typ aus dem Laden war, weil ihr die Jacke erkannt habt. Der hat uns doch im Laden dumm angemuckt, dieser Typ. Ah, den kann ich mir auch gar nicht anschauen. Doch, tatsächlich. Ah, das habt ihr vorhin schon gesagt. Hier, Richard Steinfeld. Lesen. Rastlose Augen, sogar nüchtern. Angespannt und offensichtlich in der Bucht nicht gern gesehen. Wollte in Annas Artikel nicht namentlich genannt werden wegen seines Vaters, der eine Lieferfirma leitet. Klüger, als er aussieht oder so dumm, wie er sich gibt. Immer noch schwer zu sagen, beides. Rising, Dankeschön für den beschenkten Zap. Wer ist der Dealer? Tyler, Lynette, J.R., Kyla, Dickey, Dickey? Ah, D. Richard ist Dickey. Es ist ein Spitzname. Ah. Richard ist Dickey, also ist er D. Dickey hat Tyler Drogen verkauft. Er ist Dickey. Ja, das auch nicht. Ja. Richard, aka Dickey, aka D. Looks like I found who I was looking for. Oh yeah, baby. Spiels richtig genug. Echt? Ja. 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 Was trinkst du da? Red Bull Organics. Best endlich weg. Hast du etwas am Angelplatz herausgefunden? Ja, weißt du, wo die Bucht ist? Das ist so eine kleine Kommune am Stadtrand. Die mögen keine Leute, die sie nicht kennen. Ich bin bald da. Gehen wir. Ich muss mich dort hinbringen. Gehen wir dorthin. Yeah. Wie lange ich rumtippe. Ich schreibe gerade noch mit anderen Weibern. Und was mit dem Backup? Das war, glaube ich, das Backup. Da hat er ja seine Sachen jetzt versteckt gehabt. Digi, 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 digi. Can't you see? Nananana, it's hypnotizing. I'm not just loving your sexy way. This is very open. You see, okay? Biggie, biggie, biggie. Guter Fang. Yes. Danke Pauzie. Danke Pauzie. Tu, was immer nötig ist. Wir improvisieren. Du und ich, wir werden ein paar Dinge herausfinden zusammen. Nicht Angst, oder Angst, ein bisschen. Nur nicht ein Ton. Oh,信 mir. Ich bin ein Ton. Nur nicht ein Ton. Wir müssen nur bemerksam sein, und schauen uns nach uns. Diese Stadt hat, wie 17 Leute in es. Du kennst den Killen. Ich sage nicht, dass du gehst und gehst. Nur bemerksam sein, dass du den Lion's Den hast. Du hast die Option. Das ist genug. Was ist genug? Ups. Ich habe so das Gefühl, dass vielleicht unser Charakter, wir denken ja, der ist nett, dass der vielleicht eher so freundlich tut, um gewisse Hinweise zu verhindern. Wisst ihr, was ich meine? Dass der uns nett manipulieren will. Nicht im Guten für uns. Ich glaube, dass ich dich nicht verhindern will. Das ist wie, wer das alles getan hat, wird gewinnen. Das ist wie, wer das getan hat. Das ist wie, wer das getan hat. Das ist wie, wer das getan hat. Kein Wunder, dass sie sich immer gestritten haben. Kein Wunder, dass sie sich immer gestritten haben. Mit dem schon längst eine geklatscht, der mal vor, du erzählst was und sagst einfach, halt deine Fresse! Und du denkst dir so, what? Die Bucht. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Oh, der war doch auch dabei. Das gehört euch nichts an, wir suchen noch jemanden. Ich bin Sam. Ich bin Sam. Oh Gott, lass mich hier nicht allein. Bekannte Frau. Au. Au. Oh Gott. Kannst du eben so schnitzt gern? Ich bin Sam. 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 Simon. Oh, ich bin Sam. Oh, ich suche nach Dickie. Saiten? Witzig. Mir auch nicht aufgefallen, hab ich auch nicht gedacht. Ich bin ja Saiten, die man zupft. Okay, der hat auf jeden Fall keinen Bock auf mich. Boah, auf den hätte ich richtig schissen, der Tyler. Tyler, right? Jackass, right? Some people call me that, yeah. Huh, I'll bet. Sag mir, woher du Anna kennst. How did you Nana meet? You're not the type she normally hangs out with. Maybe you're not the type she normally hangs out with. You ever consider that? Trust me, I have. Just tell me where Dickie is and I'll leave. Either that or you'll leave when I break your face. Look, Anna's a friend. She spent some time down here with us to do that interview thing. Told my story, did good by me. By us. And that guy that came after her, Nick, he's solid. Came down here three or four times. Taught me a great recipe for bass. But you? You're just some asshole. Dickie's one of ours. Don't think you're getting anywhere near his trailer. So beat it, before I break your knees. So viel Drogen und auf einmal. Samuel, hier ist Bess. Ich versuche sie wegen Dennis Grinder zu erreichen. Es gibt Zeugen dafür, dass sie letzte Nacht eine Auseinandersetzung hatten. Sie haben den ganzen Vormittag nach ihm gesucht. Wir müssen ihnen ein paar Fragen stellen. Kommen sie aufs Revier, sobald sie können. Oh ja, kommen sie aufs Revier, sobald sie können. Wir glauben, sie haben nicht umgebracht. Aber lassen sie sich Zeit. Ja, ich muss an Dickie ran, Leute. Wieso kann ich nicht die Secondhand Couch anfassen? Achso. Wollt ihr eigentlich berühren? Okay. Wo ist Dickie? Wo ist Dickie? Mögliches Versteck. Komme ich denn da hoch, ist die nächste Frage. Dickie, Dickie, Dickie. Kennt ihr sie? Wegen Annas Artikel weißt du, wo Dickie ist. We're looking for Dickie. Yes, Anna told me. She's not gonna help us find him. I do not throw people to the wolves. And you, Sam, are a wolf. Ich hab's echt verkackt, ne? You've never had any trouble with him. This is my land. All those who have lost their home are welcome to it. As long as they can follow a few simple rules. Even if Dickie lives on the fringe of our community, he is one of us. All he wants is to be left alone. I would think you of all people would understand. Wegen Annas Artikel, warum kann... Warum kann Nicky hierher? I read the article Anna wrote about you and this place. Wait, you read it? When? Nick's Fishing Shack. Oh. What led you to create this community? I found there were souls in need of help after the mine closed. The world is a cruel place. We all need a touch of kindness in our lives. You're definitely that, Lynette. Thank you, my dear. But don't sell yourself short. Your article brought Kayla here. And even some generous donations have come in. Did you get your answer, Sam? It'll do. Tyler said Nick came here before. What did he want? He took an interest in my people. He wanted to know their stories. Such as? Sam. Well, the long, sad stories most people do not want to hear. We all stumble during our lives. Knowing how we fall and how some make it out can provide guidance for the future. Don't you think? What about opioids? Did he say anything about that? There are no drugs here, Samuel. To stay, you must remain clean. I'll go now. Thanks for indulging me. Naturally. So Dickie lives here, but his place should be isolated from the others. I know enough to make an educated guess. Dickie, she fits right in. Anna always fits right in. Okay, das heißt, ich kann jetzt scheinbar mögliche Verstecke irgendwie. Er ist da drin. Was soll ich denn das wissen? No Quad. And it's right next to another mobile home. It's not here. Und hier? Da oben. Können wir da jetzt hoch? Jetzt kommt der schon wieder nervt. Nur zu, ich will nur mit Dickie reden. Ich will keinen Ärger. Die lassen mich da nicht hoch. Da ist der 100% drin. Das heißt... I need to get them to look away from his trailer. Around Kayla's tent is the most efficient spot for a distraction. It's at the opposite end of the camp. They'd have their backs turned to me. But I still need a place to hide. They'd suspect me right away. Cabin stands right in the middle of the camp. Far enough from everyone for them to not notice me. Close enough to reach Dickie before they come back. It'd be my best shot. I have a plan. All that remains is to figure out the details. Off. Off, off, off. Complicated shit. Okay, irgendwas muss ich schaffen. Damit die hier abgelenkt sind. Gar nicht so easy, ey. Was? Okay. Oh, ein Messer. Ein Brief. Sie können mir gerne helfen, wegen dem Beweisen, wer es weiß. Da bin ich sehr offen für. Die stehen doch jetzt eh wieder hier hinten. Also ist doch im Prinzip eh wurscht. Picknick. Grill. Mega geil. Ich finde es auch richtig geil. Sieht auch richtig schön gemütlich aus. Statue. Da kann ich ihm nichts machen. Hinweis hinzufügen. Was? Lack und Lasur. Statue einer Eule. Das ist da ein Feuerzeug. Streichholzschachtel. Okay, ich muss also tatsächlich das anzünden jetzt. Okay. Varnish. Okay, dann kannst du den Scheiß jetzt gleich anzünden, ne? Gibt es sonst noch irgendwas? Ich glaube, dann habe ich alles gefunden, was wichtig ist. Das ist die Spannung. Ich finde es auch geil. Leg ein Feuer. Ja, das wäre echt bitter. Oh, ein Kofferraum. Okay. Also ich brauche die Keys. Du brauchst noch ein Versteck. Stimmt, habe ich jetzt die Keys mitgenommen? No use. They won't let me anywhere near his trailer. I need a distraction. Sand nimmt er nicht. Wo kann ich denn mein Versteckchen finden? No use. They won't let me anywhere near his trailer. I need a distraction. Ich brauche ein Versteck. Hm. Ein Verstecki, Becky. Vielleicht hier hinten. Ist doch perfekt. Ah. Macht er das gerade auch alles? Okay, jetzt brauche ich noch ein Versteck. Ich würde sagen, das Versteck ist doch hier hinten am besten, oder nicht? Ein Verstecki, Becky. Ich glaube, Verstecki, Becky wäre hier ganz gut, oder? Nee, auch nicht. Ich schaue schon fast vier Stunden zu. Oh, siehs. Ich brauche ein Verstecki, Becky. Hier vielleicht im Busch. Im Busch. Wo kann ich mich verstecken, Leute? Hier. Hier. Habt ihr eine Idee, wo ich mich verstecken könnte? Ein Ide für's Deck? In der Hütte in der Mitte? Oh, das ist ein guter Punkt. Oh, der Tisch. Ernsthaft, unter dem Tisch? Vorratskammer? Okay. Ich glaube, ich habe alles. Jetzt muss ich sie fragen, ne? Kann ich einfach Anna hochgehen? Das wäre ja so viel einfacher. Oder? Das wäre so viel einfacher, wenn einfach nur Anna alleine gehen würde. So, jetzt frage ich wieder eure Hilfe, Leute. I need your help! Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started. I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me. After that, I'll hide in the cabin. Not am Schrank. Tyler and JR will leave to put the fire out. It'll give me a window of opportunity to run to Dickies trailer unnoticed. Vor allem, man könnte ja auch von der anderen Seite durch Dickie kommen. Wisst ihr, was ich meine? Den Wasserschlauch sabotieren? Die Schlüssel vom Van verstecken? Boah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Oder sie ist näher. Sie ist eigentlich näher. Die braucht man ja gar nicht verstecken, oder? Ich sag mal, sie soll den Schlauch sabotieren. Boah, schwer. Was gibt's hier noch hier? Und dann muss ich verstecken. Sobald allein? Nach TR oder letzte Hilfe? Wenn das Feuer lodert. Sobald alleine, oder? Boah, das ist jetzt schwierig. Im Schrank, unter dem Tisch, hinter dem Vorhang. Ich würde sagen, im Schrank. Unser Tisch ist so offensichtlich und ich weiß nicht, was hier drin ist. Vielleicht gehen die da ja auch noch ran. Ich habe aber nicht einmal reingeschaut. Gucken, ob es funktioniert. Gucken, ob es funktioniert. Und zwar nicht richtig, oder? Soll ich mal ihr vielleicht die Schlüssel geben? Ich bin mir nicht sicher. No, auf jeden Fall, Bunny Baum. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hallo, Miss Cheesy. So, vielleicht der Letzte, der hilft. Oh, gucken wir mal. Ich glaube, das war jetzt richtig. So, die merkt der Schlauch. Oh, das ist echt schwierig. Oh, er hat mich gesehen. Okay, so bald alleine, würde ich sagen. Oder wenn das Feuer lodert. Keine Ahnung, nochmal gucken. Ich bin, das ist voll schwer. Ich weiß nicht mehr, die Idee. Anscheinend habe ich sehr viel verpasst, aber wir sind die ganzen Menschen aus Spiegeln. Das sind einfach nur Gedanken, weil wir gehen jetzt gerade durch, wie wir das quasi am besten hier manipulieren könnten. Hat jemand die richtige Reihenfolge, finde ich? Also ich glaube, wenn sie den Schlüssel weg macht, ist das schon mal richtig. Die Frage ist, wo muss ich mich verstecken? Wo muss ich mich tatsächlich verstecken? Das sieht so spaßig aus. Es ist ein geiles Game, wirklich. Also, oh, er hat mich auch gesehen. Okay, ich glaube, sie muss tatsächlich einfach nur den Schlüssel verstecken, oder? Ja, den Schlauch sabotieren. Der Schrank ist falsch, steht zu offen. Okay, ich mache mal Vorhang. Ich finde es aber cool, dass es als Gedanken gemacht ist, sodass man nicht nochmal neu starten muss. Finde ich auch nice. Was soll sie, was ist denn hier richtig? Muss sie, muss sie jetzt quasi Schlüssel- oder Wasserschlauch sabotieren? Wisst ihr das? Schlüssel- oder Wasserschlauch? Was muss sie machen? Weiß jemand die Antwort? Schlüssel. Würde ich auch sagen. So, und hier? Alleine auf jeden Fall, ne? Und hier? Sagt ihr unterm Tisch? Ich probier's mal. Let's give it a try. Oh, ne, er hat mich gesehen. Vorhang. Vorhang. Guck mir mal, Vorhang. Was für ein Dating-Simulator ist das? Gar keiner. Vorhang, definitiv. Aber warum nicht Schrank? Weil er mich da sieht, oder wie? Ich verstehe es nicht so ganz. Einfach unsichtbar sein Vater. Okay, ich mache mal Vorhang. Nee, dann sieht der mich. Das gibt's doch nicht. Was ist denn dann hier? Vielleicht, sobald das Feuer lodert. Probier das mal kurz. Oh, das war gut. Das war gut, glaube ich. Oh Gott, das ist komplizierte Scheiße, ey. Yeah, das ist es doch. Nein, scheiße. Probier jetzt nochmal das. Schlauch und Vorhang nicht. Es muss Schlauch sein. Er sagt, base on what Anna does all of us. Also maybe nochmal Anna's Ding. Ich probier's nochmal so. Lauf im Vorhang. Das ist voll cool gemacht, eigentlich. Ah, dann holt sie ihn nämlich. Ah, nee, sie geht da mit. Ah. Okay, 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 okay. Oh, scheiße. Anna breaks the hose. Lynette will look for a spare in the closet. Dann muss ich aus dem Tisch jetzt kommen, oder? Tisch, oder? Gucken wir mal. Das will ich jetzt kurz gucken, ob das geht. Das will ich jetzt gucken. Oder sobald allein. Das ist ein guter Punkt. Nee, Vorhang. Okay. Weißt du, wie abbrechen? Nee. Okay, dann muss ich Vorhang und dann sobald alleine machen. Okay. Allein Vorhang, Schlauch. Okay. Nee, da sieht er mich ja aus. So, dann machen wir kurz nochmal Vorhang. Und dann machen wir hier nochmal sobald alleine. Okay, und Schlauch. Let's go. So. Ja, das sieht jetzt auch anders aus. Okay. So, jetzt geht sie da hin. Dankeschön, Panda, für 300 Beats. Yeah, das ist es. Anstatt, dass er einfach irgendwo außen rum geht, weißt? Ich brauche dich, um die Wasserhose zu sabotagen. Unschleuch die Kappe, wo es enthalten wird, damit es keine Pressure gibt. Okay, aber warum? Du vertraust mich? Ja. Dann vertraust mich. Vertraust du mir dann halt's Maul? Das hieß es. Burn, Bär! Burning, Bär! Burning, Bär! Burning, 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 Bär! Jetzt lauf auch mal schnell, sonst sehen die das alle gleich. Oh, die Arme, ne? Vor allem die Arme hat es doch geschnitzt. Ist voll gemein. Sie hat's doch geschnitzt, ist voll arm. Ja, die Arme. Voll gemein. Hätte ich auch was anderes wählen können als den Bär. Ist voll traurig. Ich fühl mich schäbig. Hätt's auch ne andere Möglichkeit gegeben, dafür verprügeln wir den jetzt umso mehr. Oh, shit! Ich glaube, dass er tatsächlich nur bezahlt worden ist, um die Daten zu bekommen. Wenn ich die Daten zu tun, um die Däumen zu tun, um die Däumen zu tun. Sellers, Buyers, everything. I had to or was gonna be next. You gotta believe me. What'd you do with them? Where are they? I don't have them, man. I left a stick at the dead drop, up at make-out point. He'll pick it up soon, and then it's done. No proof, nothin'. Who's coming for it? Tell me who's coming for it. My boss, Declan. His name is Declan. Declan? You're the cop. You know him? Everyone knows him. Oh, man, I'm totally fucked now. When he hears I snitched again, I'm fucking done. But I was supposed to know, Nick was gonna stir shit up. Are you saying he's involved in Nick's death? Tell me. Come on. Just let me go. Please, I already told you everything. Yo, just let me go, all right? I really gotta leave town before he finds me. I'm begging you, man. Let me go. Let me go. Now! Anyone! Help me! Shut up! Hey, asswipe! Ach, scheiße. Ich hätte ihm am Kragen packen sollen, in den Sack. Should've known. Damn firebug. I'm gonna kick this shit out of you. Sam. Sam, we have to get out of here. Shut up. Your ass ain't me better. You brought them here. You've had this coming. I can explain it. Oh, look, explain it all right. Someone give me my rifle. We're leaving. God damn it, woman! I'm gonna kick this shit out of here. Nett, dass sie nichts machen, ne? Sie hätten ihn jetzt trotzdem noch packen können. Aber, ich dachte mir schon, dass der einfach nur bestochen wird, der Kleine, um Informationen zu bekommen gegen Drogen. Der Cop ist es scheinbar. Aber warum? Deshalb hat der Typ dem Polizisten auch die Waffe gegeben. Aber war der es jetzt wirklich? Aber der muss ja auch ein Motiv haben. Es macht keinen Sinn. None of it does. Why would Declan do that? He was always a stand-up cop. Now he's a crime boss? No time to think about it. Right now, we need to get to that dead drop. Nick probably gathered enough evidence to reveal what Declan was up to. Our word against his won't cut it. That stick is the only way we'll take him down. Or maybe you could just stay out of this? Declan's trying to save his skin. If you go against him on that promontory, he'll be trapped in a corner. This isn't a game. This isn't a puzzle. And you're dealing with a man, whose go-to solutions to problems has been to kill them away. Remember what you promised Joe? Anna will not be safe where you're going. You can't bring Nick back, but you can still save yourself and Anna. Ich glaube, dass jemand stirbt von uns. Danke vehement, danke schön. Danke schön, hi. Declan's already killed two people. Sam, I know it's been a rough day, but you're freaking me out. Stop zoning out. We're just about there, and I need you to help me figure out our next steps. Next steps? At a place where someone might put a bullet through your head. Nah, that's too dramatic. Stop it! I'm not doing anything. Other than trying to save your life, you're not thinking clearly. What are you looking at? You're focused on finding the facts and not focused on the very real dangers. You need to focus on the road, not on whatever daydream you're lost in. Just, just stop. You're the one that needs to stop. Sam, you're going too fast. You need to stop. Oh, my God. Sam, stop it. Sam, Sam, stop! Sam, there's a turret. Stop! Sam, stop! Sam, stop! 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 Stop the car! Sam, are you okay? You nearly got us killed. I think we're actually trying to get up there, okay? I need a moment. Take your moment, but make it quick. We're already at the promontory. We need to find that dead drop before Declan gets here. What's denn los mit mir? Oh, ich muss mich jetzt mit dem battlen. We need to talk. Yes, Sam, it's time. Ah, what's happening? Sam, I can't. Where are you going? Get back here. I'm trying, but it's not working. Ah! No! Ah! I have some control of my own mind. Oh, oh. Can you hear me? Can you even hear me? What's denn los mit mir? What? I got a feeling I'm not going to like this. Yeah, this is full spooky. Okay, do not freak out. You've been through this before. I'm back in the same room again. There's got to be a logic to this place. I just need to figure out what it is. Stick to the fundamentals. Breathe. Focus. You can make it up. It still keeps going. Holy shit. Here we don't call him. Eleven. Was ist das hier? Ach, da ist er ja. Oh, oh. Meine Gedanken sind weg. Oh. Immer mal. Immer mal. Immer mal. Freiräumen. Weg. Freiräumen. Ich weiß nicht, welcher es ist. Keine Ahnung. Da komme ich nicht weiter. Das ist voll creepy. Weg. Freiräumen. Immer. Immer. Oh, meine Tabletten. Das ist voll geil gemacht. Das sind alle meine Gedächtnislücken irgendwie. Hier ist ein Exit. Was ist hier hinten, bevor ich wieder einen falschen Exit rausgehe? Hier ist auch eine Tür, die geht nicht auf. Hier ist auch wieder nichts. Heilandsack. Das kommt auf das Spiel des Gnome, definitiv. Definitiv. Nein. Wenn alle Türen scheiße sind, dann nimmt man die hier. Ah, die verschwinden jetzt alle. Ja, ich dachte es mir schon, aber das ist ja nervig. So, die war richtig, oder? Äh. So. Nehmen wir jetzt einfach die. Die scheint richtig zu sein. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Tür nehmen, wo er hinschaut. Ah, okay. Echt? Wo schaut er denn hin? Wo schaut er gar nirgends hin? Oh, da schaut er die an. Jetzt schaut er die an, oder wie? Jetzt schaut er... So, und jetzt schaut er schon wieder die an. Und jetzt schaut er schon wieder die an. Nicht vor dir. Nee, nicht die, wo du anschaust, sondern immer die gleiche. Und neu orientieren. Oh, jetzt? Ah. 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 Danke. Okay. Mal. 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 Ging's doch auch noch lang, oder nicht? Hier. Da ging's noch lang. Ah, okay. Es gibt zwei Wege. Was ist das für ein Weg? Was ist das für ein Weg? Was ist das für ein Weg? Dass ich's war, oder wie? Das ist auf jeden Fall der falsche Weg, weil so war's nicht. Es war definitiv der Weg. Es geht trotzdem wieder an. Ja. Es geht trotzdem wieder an. Wow. Schon geil gemacht. Ich geh jetzt mal den Weg lang. Uhr. Welche Uhr ist es denn? Sieben oder acht? Es war das hier. Zwölf Uhr. Aber diese komische Uhrzeit war's doch. Zwölf Uhr. Nee, 23 Uhr 57. Aber so ne ganz komische. Das kommt gar nicht klar an. Guten Abend, Anne. Ist das? Genau, von so. Ich bin nicht immer glücklich. Ich bin glücklich nicht alles. Ich würde sagen, es ist mehr wichtig, herauszufinden, wer du willst, als dass du glücklich bist. Hier, ich bringe dir etwas. Es ist so klar. Ich kann es nur einmal sehen. Das ist die Kraft. Es hat nichts zu schützen. Es kann sich selbst sehen, für was es wirklich ist. Und das lässt es sehen, alles. Es ist nicht ein Fehler. Es ist ein Gift. Wie eine Super-Power, du kennst? Als der Welt ist eine Sturm, du bist in der Mitte. Das war eher das Kind jetzt, gell? Ohne das kleine Mädchen war es nicht. Und nichts. Du und ich, Sam. Wir können das machen. Wieso für dich mein Mind? Und... I've lost money. Which one are you? Sam, where are you? Ob der da hinten rumwurschtelt, oder? Sam, where are you? Wo soll ich den denn finden? Wo soll ich den denn finden? Oh. Komm her. Follow me. Oh, ihn muss ich folgen. Sam, komm mit mir. Was ist denn das für eine kranke Scheiße hier, Mann? Du gehst die Stadt so einfach so. Nicht sogar eine Erklärung für einen alten Freund. Anhören. Oh, der Arme, weil ich ihn immer fertig mache. Jeder in der Stadt hat mich. Ich denke, Anna hat mich. Ich... Ich... Ich denke, ich liebe mich. Ich muss weg von diesem Ort, oder ich werde hier sterben. Innerhalb zumindest. Ich verstehe. Just know I've always got your back. Und deine Frau schla... mit deiner Frau schlafen werde. Versteht ihr das? Kann es sein, dass er mich immer manipuliert hat? Versteht, Mili. Ich habe nicht viele Freunde. Und er. Entschuldige. Sie ist ein Kind, Sam. Sie würde es nicht verstehen. Just sag, du bist wirklich sorry. So, das habe ich gesagt. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich würde mit dir bleiben, wenn ich könnte. Ich bin... Sorry. Entschuldige mich, bitte. Warum? Warum leistest du? Ich weiß, dass du weg willst. Was ist mit dir passiert, Mili? Ich hoffe, dass du nie zurückkommst. Also im Prinzip... Entschuldige mich. Sie ist ein Kind, Sam. Sie würde es nicht verstehen. Just sag, du bist wirklich sorry. Ist er die ganze Zeit der, der versucht, uns zu helfen? Oder verstehe ich das falsch? Entschuldige mich, dass du zurückkommst. Sie mag das. Entschuldige dich zu ihr. Oder versuche es zu ihr. Das best du kannst. Sie verdient das. Das ist nicht du, Bug. Es ist diese Stadt. Es ist Anna. Es schmerzt und ich kann nicht bleiben. Das ist meine Schuld. Ich weiß, aber ich muss noch gehen. Das ist nichts. Das ist meine Schuld. Ich weiß. Aber ich muss noch gehen. Das ist nicht fair. Ich verstehe, aber das ist nicht fair. Das Game ist wirklich nicht nur psychisch labile Menschen. Stellenweise echt creepy. Ja, es ist so, dass meine Gedanken irgendwie die ganze Zeit... Lass das weg. Komm mal. Ich nicht... Hör auf sie. Manchmal ist es nicht eine richtige Sache zu sagen. Sag ihr, du willst das. Bleib vor. Sie wird es wieder. Wenn du nicht, dann ist es vorbei. Oh, wow, 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 wow. Boah, das will ich mal austesten. Haha, du hast es verloren. Ich habe das aus der Toymachine in front der Pharmacy. Oh, Sam. Oh, geil. Du kannst die ganzen Sachen ausprobieren. Kann ich eigentlich keine eigene Entscheidung treffen? Bin ich zu dumm dafür? Der ist es dann auf jeden Fall. Was? Ich dachte... Das ist das, was wir sollten machen. Ich bin sorry. Ich habe nur... Ich wollte einfach alles fixieren. Sam, wirst du wirklich denken, dass das etwas, was wir beide wollen, würde alles fixieren? gehen. Ich weiß, dass du nicht über das reden willst, aber er ist dein Sohn. Oh Gott Wo soll ich denn das wissen? Scheiße, wer bin denn ich? Scheiße Hilfe 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 Community, Hilfe Ich brauche eine Hilfe Der Stalker Nicken Der beim Bett Schreib in das Buch Bett, oder? Echt? Okay Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache Ach, da sind ja nochmal welche Hä? 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 Ich check's nicht, ich check's wirklich nicht Ich check's wirklich nicht Das passt doch Woher soll ich denn das wissen? Überall steht, nur beim Bett steht er Stimmt Aber der wird's nicht sein Und ist ganz schön schwer Oh fuck, zu wem gehe ich denn jetzt? Fuck Ich habe keine Ahnung, zu wem soll ich denn jetzt? Spiegelbilder sind anders Ah, voll geil Der ist es also nicht Der auch nicht Der auch nicht Der Ihr seid ja Gangster, auf was ihr nicht alles achtet Ich weiß, dass du nicht willst, aber er ist dein Sonn Ich sagte, wenn diese Konversation war, da war es vorbei Er ist nicht ein guter Zeit im Schlaf Er hat Probleme sozialen Oh, was das denn sogar ein Mal ist? Er ist Probleme machten, das ist alles Er ist immer zu sprechen Er ist immer zu sein Er ist immer zu sein Er ist ihm Er ist ihm Er ist ihm Er ist ihm Ich habe eine ältere Er hat Er ist ihm Er ist ihm Er spricht Er ist ihm Er ist ihm Er ist ihm Was ist süß? Du warst da, als niemand anderes war. Und du bist da alle Schritte, die ich seitdem habe. Kann es sein, dass irgendwie vielleicht sowas wie Beyond Two Souls mit so einem toten Zwilling zu tun hat? Weil deswegen heißt es auch Twin Mirror. Also würde mich nicht wundern, wenn eigentlich ich noch rausbekomme, dass ich eigentlich einen Zwilling gehabt hätte, oder? Voll interessant. Öffnen. Ich bin bereit. Hast dich mal wieder gesammelt jetzt, Kerle! In my mind, in my head, this is where we all came from. Oh, schön! Wie geil! Das sieht ja richtig geil aus, ey! Ja! Herrlich! Gefällt mir! Geil! Das Wasser ist richtig geil gemacht. Da bin ich gerade an Death Stranding. Geil sieht das aus. Mit den Fallen, Klapp-Kno. Aber echt! D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Und Knut halte das Wasser. Hey! 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 Mein besser aussehendes Spiegelbild mit viel breiteren Schultern. Oh, wir reden jetzt. Wie geil! You know? You've opened yourself up a lot more than I expected. Especially to Joan and Anna. You're finally back on the right path? I believe some of the credit is mine. Warum ist es so hart? Ich muss gleich reden. Ich habe das Gefühl, er hätte, wenn es ihm wirklich geben würde, viel geileres Leben als er. Was es so nice to feel accepted? We've had our moments, but they never felt authentic. I understand why you'd feel that way. The two halves of your world? They just don't mix. There's Sam, the well-adjusted human. And there's Sam. The depressed, truth-obsessed misanthrope. Who doesn't realize objective reality is a subjective myth. I'll tell you what the truth is. To be happy, sometimes you need to focus on people and not things. Things. Schöner Satz. Fakten, keine Dinge. Ich habe mich entschieden. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Ich bin nicht sicher, dass ich bereit bin. Es dauert viel Arbeit, aber wir können dich da. Nein, kein Mensch kann sein Leben, wenn sie die Welt haben. Was für die Welt? Alles hat eine Preis. Du hast mich sehr lange geholfen. Even today, without you, I'd still be lost in my own head. In my own panic. Well, technically that's kinda the case right now. Still, I'll take the compliment. But we both know I can't be split in two directions. I have to pick a track. Oh, no. Be a part of society. Be happy. Let things go. Accept the expectations of others. Stop pretending you're someone else. Or keep looking for a truth that may not exist and leave everyone else behind, but seeing the world for what it is, being able to make a difference, no matter the consequences. It's time. Two roads and you can only take one. The truth seeker. Ach, was sucht er denn? Ich versteh's nicht. Ihn wählen, Gedankenpalast wählen. Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das lass ich euch entscheiden. Das ist mir zu tricky und zu risky. Los, Leute, ihr entscheidet. Keine Ahnung. Genialer Deep Talk. Es ist richtig deep. Uff. Ja, er will halt irgendwie, dass wir uns in die Welt eingliedern und irgendwie halt einfinden und glücklich werden. Andererseits werden wir glücklich, wenn wir uns ständig verstellen, weil er muss sich ja dann ständig verstellen. Was heißt ein Gedankenpalast? Was bedeutet es jetzt, wenn ich Gedankenpalast wähle? Lebe dein Leben nicht in deinen Gedanken. Ihn wählen. Ja, es ist geil. Lebe dein Leben nicht in deinen Gedanken. Stimmt. Gedankenpalast. Eigentlich schon. Stellt euch mal vor, ihr wollt euch entscheiden. Ihr habt die ganze Zeit jemand, der euch reinredet in allem. Ich nehm. Ich nehm den Gedankenpalast. Oh mein Gott. Ah, guck mal. So. Guck mal, wie ich mich entwickle. Schaut mal, wie breit meine Schultern werden. Seht ihr das? Ich nehm den Gedankenpalast. Ich will ich sein. Oh Gott. Der Arme. Der Arme. Der Arme. Aber du musst dich sein. Ich will dich sehen. Nein, du wirst nicht, Sam. Aber gut, Glückwunsch. Oh. Der Welt ist ein dummer Ort, wenn du wirklich sehen kannst. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung richtig war, Mann. Aber warum in einer Lüge leben? Warum in einer Zeit leben, wo wir nicht wir sind? Und dann werden wir niemanden finden, der uns liebt, sondern immer unsere Gedanken, unser besseres Ich und das perfekte Ich. Er wird schon noch eine finden, die ihn gut findet, bin ich der Meinung. Ich muss ich sein. Ohne, dass mir die ganze Zeit jemand reinredet. Scheiße. Zehn Stunden später. Ohnein, sehe ich die jetzt nur noch so. Hä? Sehe ich die jetzt nur noch so? No cell reception. If anything happens, we're on our own. Scheiße. Was hab ich gemacht? Ich weiß auch nicht, wieso soll das Spiel sonst Twin Mirror heißen, wenn er jetzt weg ist? Jetzt bin ich halt ein Solo-Mirror. Sorry, wenn das Game mich hier ausrichtet, dann gehe ich natürlich auch. Wo ist sie denn jetzt lang gedüst eigentlich? Anna? Sams Wagen? Ne, die ist nicht tot. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wo ist denn Anna? Ich ahne, Schlimmes. Ach, hier unten. Ich glaube halt, dass er uns immer so ein bisschen rausgebracht, also runtergebracht hat. Aber stellt euch mal vor, habt ihr ständig jemand, der euch an euren Entscheidungen, eurer eigenen Entwicklungen die ganze Zeit hindert, weil er euch die ganze Zeit voll labert? Dann hätte mein besseres Ich gesagt, nein, YouTube braucht viel zu viel Zeit. Das wird doch eh nichts mehr. War viel zu verarbeiten. Du musst nicht bleiben, du musst nicht allein jetzt. Nicht allein zu sein. Das wäre ein bisschen schlimmer, wenn ich nicht jemanden hier mit mir hätte. Sam, wir können alle sappen, wenn das alles ist, wenn das all over ist. Jetzt brauchen wir diese Zeit. Ich kann nicht finden, sie irgendwo. Did Dickie sagen, wo der Dead Drop war? Er hat nicht. Wir müssen immer nachdenken. Did du schon schon über das, Zeit? Ich habe mich überall. So far, all I've found ist ein paar Gumm unter Tables. Declan could be here any minute. Let's hurry it up. The Dead Drop doesn't seem to be here too exposed. Also ich glaube, wir haben das Richtige gemacht, oder? Was meint ihr? Weil wir sind ja auch, vielleicht haben wir deswegen auch die ganze Zeit diese Tabletten nehmen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Brotdose? Dickie? Keine Angst, Kadetten, wir schaffen das zu sein. Oh, schau mal. Ein Stick. Das war so klar, das war so klar. Ich würde es runterschmeißen, die Klippe. Was nun, warum Nick töten? Tell me what happened with Nick. Why did you kill him? Same thing that happened to you. He saw an opening and jumped in it. He started asking questions, never actually thought he'd find answers. But he did. And then he kept playing with fire, so he got burned. So that's it. You killed him because he did his job. Don't start thinking I enjoyed doing it. It just had to be done. It was just the same as with that drunk fool Dennis. All I wanted was to see how much he knew and get him to keep his mouth shut. Turns out he knew more than he should have. It doesn't have to end the same way this time. There's always another option. Almost sounds like you're wising up some, Higgs. Doesn't look like you're willing to take the same fall from two years ago. Fuck that common good shit, right? Was mit Bassert, die Menschen vertrauen dir. Du bist ein Verbrecher. You were one of Basswood's best. People counted on you. Don't even try to give me that. I've given enough to those two-faced hypocrites. Everybody's happy to shake my hand and say how grateful they are. As soon as you turn around, they'll stab you in the back. Eventually I realized that's how people are. The only thing left is to adapt. I'll keep a lid on things. And if someone's got a profit, might as well be me. Nick and Dennis. That part wasn't supposed to happen. But here we are. And I'm done leaving behind loose ends. Oh, oh. You asshole! No! Okay, she's dead. Ab in den Gedankenpalast! Scheiße, Leute! Scheiße, Leute! Anna kampft gegen Russ. Anna kampft gegen Russ. I could try going for his gun. Throwing a rock at his head could disorient him. Voll gruselig, ey. Hier ist Nick. Der steht aber ganz schön bei Uneindruck da, dafür, dass seine Frau gerade ankämpft. It's time to give it your all. Don't underestimate death, though. He's stronger than he looks. Anna's got maybe a couple of seconds tops, before he overpowers her. You gotta find a way to stop him, sir. He'll kill you both. Ach du Scheiße, Leute. Hilfe, was muss ich machen? Was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung. Kann mir jemand sagen, was ich machen muss? Ich glaub, die Waffe nehmen ist es, glaub ich, nicht. Das wär zu easy. Ich glaube, mit dem Stein bin ich schon mal richtig. Okay. Wo ist denn der Stein nochmal? Wo war denn der Stein nochmal? Steini! Oh, da gibt's nichts mehr zu tun. Wo war denn der Stein nochmal? Ja, Stein ist am Baum unten. Also quasi, wenn ich Baum nehme, nehm ich auch Stein, oder wie? Wie ist das? Unten am Baum. Wo ist der Scheiß Stein? Ich find ihn nicht. Der Stein liegt am Baum. Was kann ich da machen? Ich kann Declan, um ihn auszulassen, Anna zu holen. Das zeigt es nicht mehr an. Ich glaub, Waffe. Okay. Ich glaub, ich muss jetzt alle Dinger finden. Alle Optionen halt, ne? Ja, ich muss alle Optionen finden. Notruf ist auch keine Option. Was wäre denn noch eine Option? Hier vielleicht irgendwas? Hier irgendwas? Was soll ich machen? Betrachten. All zur Waffe, Stein werfen, Anna zur Hilfe ein. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß denn jemand, was hilft. Ich will jetzt nicht, dass jemand stirbt. Was hilft jetzt? Weil wenn ich so Hilfe eile, erschießt er mich, oder? Stein werfen. Wer weiß, was passiert? Wie kann ich beide retten? Ich will beide retten. Wenn du Anna hilfst, wird er die Person nehmen. Wird wahrscheinlich so oder so wer sterben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich B. Oh, warum geht's in das Spiel? Er hat ne Waffe. Ich würde ihr helfen. Bei den anderen beiden kannst du ja sonst was treffen. Ja. Waffe bringt nix. Dann treff ich sie oder ihn. Stein werfen. Hm. Aber vielleicht helfen mit Stein nehmen. Stein auf Kopf. Okay. Stein. Und ach so, wir können es uns erst anschauen. Ach so. Aktion auswarten. Ja. Okay, ich nehme jetzt Stein. Stein. Oh Gott, ich hasse das Spiel. Oh no, er hat sie getroffen. Oder? Hat er sie getroffen? Ah, nicht. Gut, hat er es. Könnte man sich auf jede Situation so vorbereiten? Scheiße. Okay. Declan might attack me now. Du musst nicht kämpfen, einfach weg. Keine Ahnung, das muss dich wiederhört werden. Ich bin fertig. Ja. Saugeil gemacht. Oder hier ist auch der Vater. Guck mal. Stimmt, 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 stimmt. Wenn er seine Dienstwaffe nimmt, dann weiß man noch, wer es war. Oh Gott, das ist so gruselig irgendwie. Okay, was gibt's denn noch? Muss er noch mehrere Optionen irgendwo geben. Vielleicht Anna. Ah, hier. Was ist das? Dienstwaffe. Ja. Ja. Declan might continue going after Anna. Holy shit, ich will nichts Falsches machen, ne? Fuck. Es muss da irgendwo eine Option geben, die ich jetzt noch nicht gefunden habe. Sie wurde bestimmt in die Schulter geschossen. Ich glaube, der hat noch nicht geschossen, der Arsch. Das ist so geil gemacht irgendwie. Ich müsste es ihn angreifen. Okay. Ich würde jetzt gerne meine Option wählen. Hier. Es gibt ja nur drei. Betrachten. Moment. Ich will es bitte gescheit lesen. Das ist jetzt eine wichtige Entscheidung. Greift Anna an? Greift Sam an? Was gibt's noch? Geh zur Waffe. Kann man voll schlecht lesen. Eilt zur Waffe. Greift Sam an? Greift Anna an? Was soll ich jetzt nehmen? Greift Sam an? Greift Anna an? Ich würde sagen, wenn er mich angreift, dann hat er ja keine Waffe. Weil ich bin stärker als Anna. Oder ist es, was er tun wird? Also wartet mal. Kurz so. Was macht er? Ach so, was er als nächstes tut. Was macht er als nächstes? Ich glaube, er wird nicht zur Waffe greifen, weil er schlau ist. Er wird auf jeden Fall Anna angreifen. Er wird sie angreifen, weil er genau weiß, wenn er die Waffe nimmt, dann wird er ihn zurückverfolgen können. Wenn Declan nach Anna geht, mein bester Weg ist, zu streichen von der Seite. Ich würde es ausführen, weil mich würde er nicht angreifen, ich bin zu stark. Sie erschießen, wäre dumm wegen der Dienstwaffe. Außer, er würde die Leichen halt entsorgen. Den einen hat er tot liegen lassen, den hat er aber mit seiner eigenen Waffe erschossen, den anderen hat er verbrannt. Es kann aber auch sein, Anna hat die Beweise, es kann aber auch sein, dass er sie erschießt, weil er uns entsorgt. Jetzt weiß ich es halt nicht, ich mache jetzt einfach Scheiß auf. Give me the evidence now. You want to get shot? Wait! Here, take it! Son of a bitch! Holy shit, man. If I don't do something, we're dead. Das ist halt ein kleiner Pizzle. Gute Well, denke! Es ist so spannend. Ich muss mich fokussiert und account für all die Elemente, die hier spielen. Wir machen gut. Ich muss mich einen Schritt vor der Declan und wir werden. Die Waffe. Er wird mich nicht damit erschießen. Das ist nicht gut, glaube ich. Danke, Kampfkeks. Vielen Dank für ein Geschenk. Ah. Okay, das ist ein guter Punkt, Nick. Versuchen, die Waffe wegzustoßen. Das bringt natürlich gar nichts, Notrufrufen. Das dauert viel zu lang. Na, Blödsinn. Das ugly yellow phone ist your best chance. zu call for help. Das große Jörg ist nicht stupid. Ja, stimmt auch wieder. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Hilfe rufen. Es gibt nur noch zwei Optionen, kann es sein? Was soll ich tun? Es gibt doch schon mehrere, oder? Mehrere Optionen. Gibt es noch mehrere? Oh, shit, 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 shit. Habe ich jetzt echt nur noch zwei Auswahlmöglichkeiten? Ich glaube, ich habe tatsächlich nur noch zwei Auswahlmöglichkeiten, weil hier auch noch nur noch zwei Leute stehen. Also, es gibt die Möglichkeit, an der Waffe, Waffe habe ich schon. Also, es gibt die Möglichkeit, versuchen, Hilfe zu rufen, versuchen, die Waffe wegzustoßen. Mit Glück hat er keine Pistole genau im Lauf. Seine Waffe auf dem Boden genug. Telefon schaut er dahin und Anna kann wegrennen. Du machst Anna zur Mörderin. Danke, Herr Fire. Vielen Dank. Das ist nicht seine Dienstwaffe. Ja, Waffe wegge... Ach so, er hat jetzt keine Dienstwaffe mehr. Wichtig. Es ist nicht mehr seine Dienstwaffe. Guter Punkt. Es ist nicht mehr seine Dienstwaffe. Ja, ja, ja. Krass, dass ihr das jetzt bemerkt habt. Halt. Nein, 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 nein. Was soll ich tun? Ich möchte gerne... Was habe ich jetzt gemacht? Zurück, um die Handlung in der echten Welt auszuüben. Ich will aber... Ah, okay. Versuchen, um Hilfe zu... Also, A sagt ihr. Ah, ist die Waffe von Dennis. Okay, dann will er jetzt schießen. Dann muss ich jetzt gucken, dass ich die Waffe wegkriege. Also. Waffe wegstoßen. Sind wir uns alle einig? Okay, los geht's. Oh Gott, Hilfe. Guter Punkt, weil es ist seine Dienstwaffe. Er will uns jetzt umbringen. Danke, sehr gut, dass sie es gesagt hat. Das war sehr wichtig, weil er hätte mich jetzt erschossen am Telefon. 100 pro. Ich hoffe, sie kann zielen, ne? Oh Gott. Oh no, er hat sie auch erschossen. Danke, eh nur für 100 Bits. Scheiße. Ich glaube, das andere wäre mit zu wichtig. Oh, scheiße. Bleib mit mir. Du musst mit mir bleiben. Oh no, echt? Aber Telefon wäre doch total dumm gewesen. Nicht sterben. Wir haben so viel mit dir durchgemacht. Aber es gab so Hinsale, als er aufs Telefon da hätte ich das genommen. und 1043 WVCK, der Basswood Sound. Du hörst die News heute? Der Local cop, der in der Falle schiefen letzte Woche, ist wahrscheinlich der Head der kleinen Opioid Ring hier in Basswood. Crazy. Es ist believed er hat seine Position zu bringen in drugs von all over der County. Und dass er zwei Leute in einem attempted cover-up. Good news, however. The journalist who was wounded while confronted the rogue cop was released from the hospital today. Danke für 100 bits. Hat sie doch überlebt? Looks like I'm not the only one who's come to visit Anna. Oh, ihr geht's gut. Sie lebt noch. Oh, bitte kein Friedhof. Ja, sie lebt noch, Mann. Woohoo! Badoms, Badoms, Badoms. Ich hoffe, sie ist nicht irgendwie eingesch... Oh Gott, ich hoffe, der Vater bringt mich jetzt nicht um, ne? Der sitzt schon da. Oh, mein Gott. Oh, ich glaube, ich hätte mich auch von sollen. Halt deine Hände! Anna ist busy mit dem Sheriff. Du solltest wahrscheinlich ihm einen Moment oder zwei geben. Sure, Joe. Wie warst du? Wie war ich? Son, ich freue mich, dass du hier für Anna gewesen bist, aber es hat nicht geändert, was passiert. Meine Mädels sind wirklich schlecht. Und Dinge könnten auch schlimmer gewesen sein, ohne dich. Du hast gut gemacht. Joe. Nein, Anna hat mir gesagt, was du getan hast. Wie hart du kämpfst. Danke. Für dich zu bemerken. Das habe ich nicht gemeint. Das trieb mich an. Ich musste. Das Erwärmste hat mich gehalten. Ich hoffe, es hat es gemacht. Aber du hast nicht meine Frau in keine gefährlichen Situation, okay? Oh Gott. Was soll denn das jetzt hier eigentlich? So. Where are they? Where are Dad's notebooks? The yellow legal pad ones? You can get them later. You need to say hello to the guests who just arrived. The yellow ones were Dad's favorites. I wanted to start using them. They've got to be here somewhere. Just give me a minute. Joan Waldron, don't make me say it again. Fine. I guess it doesn't really matter. Careful, Muley. She's in one of her moods. I'm sorry you had to see that. It was hard before, but now she's completely shut me out. It's not surprising given what happened. This town is no place for a teenager. Kathy, now is the time to get out of Basswood. You don't understand. It's not that easy to leave. You've always managed to get Joan to talk to you. Any advice? Well, the help, man. Kathy, when did you start taking opioids? What? What does that have to do with... What do you think happens if someone finds out and reports you? You could lose your job. How dare you? You don't know anything about what I've been through. I don't. But it doesn't change the facts. You need to get help. Oh, and who's gonna look after Joan in the meantime? Who'll pay for the treatment, huh? Don't you have family in the region? Well, I... There is my sister down in Virginia, but I... But you're not on good terms. Joan told me. Still, you don't have a choice if you intend to keep custody of her. You've always been a cold-hearted asshole. You know that? Do her a favor and forget about us for good this time. But I'm also very uneinsichtig. Can I get a ass to her? Can I not go to her? Let's go to her! Ja, Mann! Ich glaube, es ist besser heute als gestern. Vielleicht. Ich vermisse Dad. Aber ich weiß, was er passiert hat. Ich weiß, es macht mich ein bisschen besser. Es ist nicht schlecht, aber es macht mich besser. Nein, es ist nicht schlecht. Ich fühle mich die gleiche. Hey, Mulee. Are you staying around this time? Ich kann nicht, Bug. Oh. Ja, das hat man gehört. Kopf hoch, versuch sie zu verstehen. Sie braucht dich. Ich glaube, das ist ganz nett. So, try to do better by her, too. Alright? Sie näht, ja. But I know you're strong enough. I'll try. I'm gonna miss you, Mulee. I'll really miss you. Me too, Bug. I need to find Anna. Call me whenever you want to. Deal? Yeah. Deal. Yeah. Okay, weiter geht's. Ja, die Synchronstunden sind super. Bin schon mal besser, gut. Vielleicht sogar toll. Ich bin eigentlich sehr gut. Ich fühle mich endlich in einem Ort, mentally. Ich bin endlich. Du warst etwas Schmerz, aber ich bin glücklich, dass du aus der anderen Seite kam. Ich habe mich selbst mit der Maker hier und da. Und ich würde niemals sagen sie Spaß machen. Nicht Spaß, überhaupt nicht. Es ist sicherlich. Auch für die close zu dir. Es gibt einen Sinn. Jetzt, zwei Mitglieder meiner Familie sind weg. Eine ist verletzt. Vielleicht ist es Zeit für mich zu endlich auf meine Sattelung. Die Basswood Jungle hat sich letztendlich geöffnet. Hmm. Es macht dich denken, es ist endlich die richtige Zeit zu retten, huh? Believe mich, es fühlt sich nicht gut, aber meine Flamme hat es geschafft. Without Nick. Without Dennis. Du kannst ein Papier mit dir selbst. Auch was ich will. Ich habe genug Zeit genommen. Ich werde dich zu den anderen Gästen verlassen. Gib mir mal eine Liste. Gib mir mal eine Liste. Gib mir eine Liste. Voller Nette. So, kann ich jetzt ehrlich rein zu ihr? Und du hast sicher, dich aufzuhalten. Geh etwas frisches Wasser. Nicht die Doktoren lassen, dass du dich zu lange halten lassen. Oh, Sam. You're finally here. I was looking for ya. Now, I know you've been through hell and back. I know that. If there's anything the Basswood Police Department can do for you, or even just little old me, you give me a holler, alright? For now, well, I got some good news for ya, for once. We found Declan's fingerprints on Dennis' gun. And since your testimony and Anna's corroborate Dickie's statement, no charges are going to be filed against you or Anna. It's clear self-defense. Still hard to believe a man I trusted was running a drug ring. Here. Zustand nervös. Grund versucht, ihre Fehler zu vertuschen. Schlussfolgerung sorgt sich um ihre Wiederwahl. Sie müssen sich verantworten. Erwarten sie kein Mitleid. Ich werde alles erzählen. Ach du Scheiße. Okay, wieder ein... ...ein Moment für die Community! Oh, ich muss mich beeilen, oder? Nee. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Ja, finde ich auch. Arschlöcher. Weil sie sich einfach nur um ihre Wiederwahl... A lot. Ja. Declan pull the wall over all of our eyes. All I can say is, we're all just people. Ain't no such thing as the Basswood police. Just people entrusted with power. And Declan, as terrible as it seems he was... ...was not always a bad person. My sin is failing to see the man he became... ...rather than the one he once was. So trugen die Verantwortung, so einfach ist das nicht. You were his commanding officer. You're the only one who could have stopped him. You're entitled to your opinion. Everyone is. Know I do my best. Well, I'd love to stay, but I'm afraid duty calls. Look after yourself, Sam. Though I guess you always do, huh? Huh. What's going on with you? Hello. It's me. So? So? I wasn't sure you'd show up at all. I meant to get here before, but... You look better. Better than last week, I guess. But that's setting a low bar. It could have been even worse, if you hadn't... You saved my life. I'm afraid we had to get rid of each other. You made sure I didn't get killed. I got you shot. Yeah, but only in a part I didn't need. I'm stronger than ever. Ow. Stronger mentally. What's wrong? I wish we'd gotten those files. The guy who was behind it all broke his neck trying to kill us. Case closed. Stimmt wohl. Du hast recht. Stimmt, wir hätten auch die Files finden können, ne? Mein Leben in Ordnung bringen. Einen Job suchen. Step number one, find a job. Preferably a writing gig. Walter's probably hiring. It's complicated. You should talk to him. I should go. I had a feeling you would say that. You stay out of trouble, Sam Higgs. And maybe don't wait so long to darken my doorstep again. I guess we'll just have to see, won't we? Voll bad, das Ende irgendwie. Geh ich jetzt einfach, oder wie? So, ich kann jetzt einfach mich verpissen. Ciao, Leute. War schön mit euch. Ist das mein Van? Nee, das ist nicht mein Van. Okay, tschüss. War schön mit euch. Geh ich jetzt einfach, oder wie? Oh, wenn das so ist, dann macht's gut, ihr Arschlicher. Tschüss. Mr. Higgs. Not surprised to see you here. I'm a little surprised to see you. I'm just giving my well wishes to Miss Miller. You did the right thing, rooting out that ruffian. Oh, hat er damit vielleicht auch was getan? The town is better for it. Nicht, dass sie das sagen, das war nicht der Plan. Well, right or wrong, it doesn't feel good. People got hurt. That may be true. Still, what you did helped everyone. Really boasted the common good. Be proud. Gedankenballast. Oh, er steckt da drunter. Mal Zugang zu Opion. Ich wollte doch gerade sagen, die stecken da alle. Ich wollte es gerade sagen, der steckt da drunter, dahinter. Arbeitet im Drugstore, hat einen Zünderbock. Kathy, could she be the supplier? Get out the way. Yo, yo, yo. Ich schließe den Drugstore mit einem Paket. Dealer. Hat Dicklein gearbeitet. Something's missing. How did Declan know, I was meeting Dennis? I heard you messed up Dennis pretty good last night. He was pretty good last night. Hat Nick und Dennis ermordet? Das ist alles, was sie jetzt gefunden hat. Gesetz, Twitter, impulsiv, leitzinnig, kein Genie. Hat den Streit nicht gesehen. Oh. Go check on Joan. Who overheard me and Dennis talking? Who told Declan? Oh, scheiße. Er war's. Oh my God. Your Barroom brawl. I'd be best to prevent you from following that other man outside. I had to die. I'm afraid of him. Drugstore-Besitzer. Have you met Hugh? I told you that they're not a mafia host. Just after you left. Nick suspected a drug ring flourished after the mine closed. I'm afraid you'd end up like a friend. Amen. Good. Amen. 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 Is everything all right? Sie sind ein Monster. Sie spucken auf nix Grab. Ich habe viel nachgedacht. Ach du Scheiße. Okay. Community. Ach. Ich dachte es mir doch. Er sieht aus wie ein Mafiosi. Er spricht so. Und ich habe es mir gerade, als ich ihn noch gesehen habe, gedacht. Irgendwie komisch. Ich habe viel nachgedacht, sagt ihr alle. Okay. Let's go. Ich wurde verloren in der Idee. Oh Gott. Und ich habe viel nachgedacht und gedacht. Oh, ja. Ja. Ich bin sicher, dass du viel zu denken hast. Nick nie hat es nicht zusammengefasst. Er war zu nahe. Es war du. Was genau du sagst? Es war nicht genug, wie jeder 2-Bit Pharmacier. Du hast du skimmig. Wir hatten jetzt Dick gebraucht. Dickie kennt die Lieferanten. Ich kann es der ganzen Welt erzählen. Kelpie wird etwas wissen. Scheiße. Ich brauche eure Hilfe. Und zwar jetzt. Ich kann es der Welt erzählen. Weil Dickie bringt er halt um dann, weißt. Ja, ich würde auch sagen, ich kann es der Welt erzählen. Boah, wie der guckt. Wie gruselig. Wie gruselige Augen der hat. Ich habe meine Schlafen aufgerollt und ich bin zu arbeiten. Wo warst du? Es sind Leute gestorben. Jetzt bin ich hier. Ich wette, sie schlafen gut. Sie haben ihn getötet. Was wollen sie damit sagen? Er übersah, dass sie es waren. Oh, schön. Danke, Blackie Bettis. Ich habe meine Schlafen aufgerollt und eine Schlafen aufgerollt und eine Schlafen aufgerollt. Die beiden kostet Geld. Die Leute finden immer eine gute Möglichkeit, um zu bekommen, was sie wollen. Die Frage ist, wer es betrifft? Kriminellen? Mobster? Lowlifes? Gehe aus den Mitteln, und ein Schlafen schlägt in. Nick hat es sehr begonnen. Er war nicht so, wie er. Du kennst ihn nicht. Du? Er wird die Geschichte schlafen. Es ist nicht egal, was du erzählst. Ich wusste, wer Nick wirklich war. Admirable, wenn misguided ist. Die Leute zeigen sich nicht die Freunde, wer sie wirklich sind. Was Nick getan hat ist irrelevant. Was interessiert ist, was du wirst. Wenn du diesen misguided-effort zu verabschieden, ein Kindes Old Man of heinous acts. Ich promise, Kathy, Joe and Joan will want for nothing. However, if you follow through with this foolishness, I hardly doubt I'd spend even a single day behind bars. I'm old, I have money and lawyers, and when I speak, people listen. It's an arsch. An arsch. Annehmen, ablehnen. Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Andererseits denke ich mir, die Leute müssen auch mein Leben selber geschissen kriegen, anstatt sich auch so in den Sack zu verlassen. Aber andererseits, ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Die Leute sagen, alle ablehnen. Oh mein Gott! Okay, komm! Fuck off! Du kannst, was du willst. Oh Gott! Die haben abgelehnt. I'm gonna finish what Nick started. Maybe you'll go to jail, maybe not. But people will know what you did. And they'll all know the common good never factored in. You did it all for yourself. And I'll make sure the life you built burns for it. Pass auf, dass er nicht in den Rücken schießt. Hey, der hat so gruselige Augen, Mann! Wir werden sterben! Oh mein Gott! Ich glaub auch. Wolf. A small minded town loses its mind. Income plummets. Unemployment skyrockets. The stage is set for an unskrupulous pharmacist to roll into town. Oh, Apotheker aus Berlin. Opfer in die Drogen verwickelt. Von Samuel Hicks. Freischaften. Ich glaub, wir werden sterben. Und ich hätte an seiner Stelle alles geändert. Namen, Auto, ich wär abgehauen. The Basswood Police Department is now under investigation. Oh, how a small town of Basswood can recover from such a burrow? Is anyone's guess? Alright. Time to kick up your feet on the dashboard. Twin Mirror! Woo! Wir haben's geschafft, Leute. Vielen Dank. Unfassbar geiles Game. Ich kann's euch nur empfehlen. Es gibt so viele verschiedene Wege, wie ihr euch entscheiden könnt. Holt's euch, probiert's aus. Wieder einen ganz großen Daumen nach oben für das Game, für die Entwickler. Und wir sagen wie immer, wenn du mal live dabei sein willst, komm auf www.twitch.tv.de. Und ich sag immer, danke fürs Zuschauen. Ade mit E. Es war wundervoll und schön. meet hoping für mich. Bye. 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 Bye.